Die Nebelberge waren passiert und Evelons breitete seine düsteren Schatten über die verdorrte Landschaft aus. Schwarze Nebelschwaden zogen aus den tiefen Kratern. Kerberos wollte vorauseilen, um Mordrets Anhänger auf Evelons Irre zu führen, da Mordret nicht ahnte, dass Kerberos nun gegen ihn tätig war. So trennten sich an der Gabelung die Wege von Kerberos und dem Rest der Gemeinschaft. Nahezu unerreichbar schien die Festung von Evelons, die trotzend oben auf dem Berg thronte, einem Hüter gleich, der seine wachsamen Augen auf alle Eindringlinge zu richten schien. Von Außenposten beschützt bettete sich die Festung in Sicherheit. An ihnen schien ein Vorbeikommen nahezu unmöglich. Der Rest der Gemeinschaft fand eine verlassene Siedlung am Fuße des Berges und beschloss dort, auf die Rückkehr von Kerberos zu warten. Der Siedlungsplatz sollte genug Raum zum Aufbau eines schlagkräftigen Heeres bieten. Nach einigen Tagen traf ein Bote ein, der Kundschaft für die Helden hatte. Seid gegrüßt, edle Herren. Oh, und Milady natürlich auch. Ich komme aus Tendrel, jener einst mächtigen Festung im Osten des Landes. Der Regent der Stadt schickt mich. Er hatte von eurer Ankunft gehört und bittet euch, Dario, auf eine Unterredung nach Tendrel zu kommen. Es handelt sich offenbar um eine äußerst dängliche Sache. Und ihr möget euch eilen. Okay, willkommen im bösen Land. Wir starten sogar zur Abwechslung mit ein paar Gebäuden. Das ist ganz erfrischend. Natürlich. Aber gern. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, wir brauchen einen Bauernhof hier. So, und ihr... Ich frage jetzt, wo will ich zuerst die Bäume weghaben? So, Missionsuhr, Tab. Ähm, das hier ist eine Karte, wo öfter mal NPCs nur mit Dario sprechen wollen. Ich will mal grad wissen, bei welchen das alles ist. Ich weiß, Leonardo ist so drauf. Ähm, Ari, hol mal grad die Kiste hier. Die, die Helden ja bei der Katze nicht aufgemacht haben, wo sie schon in der Ecke waren. Da ist noch ein Lebensschacht. Hi, Fenermen. Willkommen zum Stream. Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. Ja. Na gut. 330 Tader, da hab ich nichts gegen. Wir haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Es gibt nicht genug zu essen. Wenn's denn sein muss. Und Kaskander, willkommen zum Stream. So, wir brauchen noch mehr Holz. Wir brauchen aber auch mehr Lehm. Ein bisschen, Alnum. Aber Lehm kriegen wir wenigstens auch durch den Schacht noch. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Der Mann möchte unbedingt mit euch, Dario, sprechen. Okay, das ist irgendwie die einzige Mission, wo die NPCs wehlerisch sind. Dario, ich habe schon viel von euren großen Taten gehört. Ihr scheint eurem Vater sehr ähnlich zu sein. Ihr müsst wissen, ich war eurem Vater ein ergebener Diener. Seit die Barbaren euren Vater gestürzt und eure Familie vertrieben haben, sind dunkle Zeiten für unser Land angebrochen. Auch mich trefft ihr in einer schweren Stunde an. Mordred, dieser elende Bastard, hat meine Tochter entführt. Mein über alles geliebtes Kind. Mein einziges Kind. Und solange er mein Kind gefangen hält, sind mir die Hände gebunden. Ich kann nichts gegen ihn unternehmen. Aber, sagt schon, Dario, könntet ihr sie nicht mit euren Mannen aus den Fängen dieses Banditen reißen? Euch mag gelingen, was ich selbst nicht wagen darf. Bringt meine Tochter heil zurück, und es soll euer Schaden nicht sein. Außerdem hätte ich noch eine weitere Bitte an euch zu richten. Die Kathedrale von Avalence war einst das Heiligtum unserer Stadt. Sie wurde von Mordreds Leuten zerstört. Und ist seit einem Unwetter für uns nicht mehr erreichbar, sodass wir sie nicht wieder errichten können. Baut sie wieder auf, und unser Volk wird euch folgen. So, da haben wir einiges zu tun. Ihr rennt wieder zurück. Ja! Wollt ihr hoch in das große Ödland? Dort findet ihr noch alte, verlassene Türme mit gefährlichen Aufbau. Man sagt, sie gehorchen dem, der sie aus urzeitlichem Schlaf erweckt. Ihr solltet es einmal versuchen. Boah, die Synchronsprecher hier in der Map klingen aber alles, als würden sie gleich einschlafen. Ja, aber das ist schon ein bisschen weird, dass die, äh, gut, die Stadt war vielleicht mal größer. Ja, es ist Zeittag. Aber ich finde die Musik hier in der Gegend sehr schön. Also, es ist so richtig schön bedrohlich. Ja, danke, das wusste ich schon. Ich denke, ihr hattet es schon. Ja, ist ja gut gelacht und wird das sein Krieg hinterbrechen. Ja, ist er. Ja, mein Fremde. Ihr seht nicht aus, als würdet ihr zu den schwarzen Horten gehören. Kommt ihr etwa von der dunklen Festung in den Perken? Aber nein, kaum. Dann wärt ihr nicht mehr am Leben. Sehr wohl. Hier ist noch ein Siedlungsplatz, den sollten wir uns merken. Wir haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Jetzt da an der Ecke irgendwas. Hi, Pounder. Willkommen zum Stream. So, gleich kommt Voice-Line-Spam. So, hier war was mit Ausblick. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. In Ordnung. So gut ich kann. So, das Ding ist triggert das schon da erst später. Wenn genug Zeit verstrichen ist. Wie ihr wünscht meint. Gut. Okay, entscheidend erst später. Ja. Da hast du noch einen Eisenschacht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, mein Gott. Fertig, Meister. Ja. Ja. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Aber, Elias, ich bin dehydratorisch. So, ich muss trinkern. So gut ich kann. Fertig. Trink. So, haben wir hier irgendwo Platz, dass wir ein Lager hier hinsetzen können. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ein Held ist in großer Gefahr. Wie ihr wünscht, mein Herr. Sehr wohl. So gut ich kann. Ja. Ja. Wir brauchen mehr Steine für das Lager. Dann haben wir den Halt über das Ohr gehauen. Und der... Dach, Chef. Ich sehe auch noch keine Steine vorkommen hier. Eisen haben wir. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Einige Siedler haben keinen Platz für eine Steingrube. Wir hatten sehr viel von den, äh, von den Kleinen vorkommen. Ausbau vollbracht. Ausbau abgeschlossen. Sie schabbert. Ach, ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feins. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. So, pass auf. Dann bauen wir auch Ziegelhütten. Dann bauen wir noch mehr Steine für. Wir bleiben mal ruhig da stehen. Da steht ihr gut. Euer Dorf wird angegriffen. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Sehr wohl. Es ist soweit. Ihr könnt euer... Boah, ich hab... Ich assoziiere diese Musik hier inzwischen komplett mit dem dunklen Volk. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Natürlich. Hier gibt's jetzt nix mehr. Wir haben alles abgebaut. Gebt acht. Euer Dorf wird angegriffen. Zählt doch nicht. Hier ist doch noch mehr Stein. Aber gern. Ja, du kannst ja jedes Gebäude direkt angreifen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Wir brauchen aber auch nicht den zweiten Siedlungsplatz. Ja! Kein Problem! Ja! 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 Habe ich noch irgendwo Leibeigene auf Vorkommen, die nicht Stein oder Holz sind? Und wenn ihr hier fertig seid, könnt ihr die Steine hier wegmachen. Ja, ja. Aber gern. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Ja, Betten sind so eine Sache, aber hier ist noch nicht so viel Platz und ich brauche auch noch unbedingt das Lager vorher. Ist hier vielleicht? Gibt es Steinvorkommen, die nicht nach Norden ausgerichtet sind? Ja, na gut. Na gut. Fertig. Ihr habt nicht genug Taler. Ja. So, dann wäre der nächste Schritt die Eisenmine. Und hier ist auch nur Wald. Das ist schon irgendwie so, als würde man Age of Empires auf Droge spielen. Das Ding ist halt, wenn es versucht hat, wenn er versucht, also sein Stil war, Age of Empires zu sein. Ich glaube, hier oben könnte es Stein geben. Dann, da sagt es. Ich möchte nur wissen, wo Kerberos bleibt. Er wollte doch Mordreds Pläne ausspionieren und dann wieder zu uns stoßen. Ich befürchte, dass sie ihn gefangen haben. Nun, es mag auch gut sein, dass er nicht gefangen genommen wurde, sondern dass er wieder gemeinsame Sache mit seinem alten Herrn macht und uns hintergeht. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass das seine Truppen waren, die unsere Siedlung angegriffen haben? Ja, das ist wahr. Vielleicht hast du recht. Du hast ja Kerberos eh noch nie recht über den Weg getraut. Wie dem auch sei. Ich schätze, wir sollten selbst herausfinden, was Mordred plant und uns die Gegend hier genauer anschauen. Ja, das ist eine gute Idee. Wir sollten sehen, ob wir einen erhöhten Punkt finden, von dem aus man die Gegend besser überschauen kann. Leute, Kerberos war eine Mission lang bei uns. So ihr redet über ihn, als wäre er ewig dabei gewesen. Hier gibt es Steine. Ich bin schon unterwegs. Natürlich. Wenn ihr wollt. Also, ich glaube, sie sagen ja mehr oder weniger, dass von Flut bis die große Seuche, das müssen so acht Monate sein. Dafür, dass man in Vollklungen mehrere Winter mitbekommen kann. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ausbau fertig. So, ich will möglichst bald den Kanonenturm ausbauen. Ich habe getan, was ihr wolltet. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Was treibt euch in diese düstere Gegend? Macht ihr einen kleinen Spaziergang? Der ist nicht zu empfehlen hier. Gefährliche Gegend. Viele schlimme Gesellen treiben sich in den Bergen herum. Dort liegt eine dunkle Festung. Wenn ihr einmal einen Blick darauf werfen wollt, es gibt hier einen geeigneten Aussichtspunkt. Ihr müsst nur dem Pfad folgen. Immer den Hügel hinauf. Es lohnt sich. So einen Blick hat man sonst nirgends. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Oder auch wie Ari meinte, das waren Kerberos Truppen. Gegen die haben wir auch in den Nebelbergen gekämpft. Also die haben ja nicht alle die Seiten gewechselt. Wenn ihr wollt. Es gibt nicht genug zu essen. Es ist Zeitstag. Fertig, Meister. Fertig, Meister. Fertig, Meister. Fertig, Meister. Hier fehlt auch einfach komplett die Erzählung, ne? Herr, seht nur. Das ist Kerberos dort auf der Burg. Es ist also wahr, was Ari und Pilgrim befürchtet haben. Dieser Bursche hat euch aufs Schändlichste hintergangen. Ihr seht ihn natürlich auch auf diese Distanz. Es wird offenbar, dass er in Wirklichkeit niemals vorhatte, euch zu helfen. Er hat euch benutzt, um selbst die Macht zu übernehmen und Mordred zu stürzen. Dieser schändliche Verräter. Wollt ihr euch das etwa gefallen lassen? Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Also ich werde hierzu in der Review eine Menge sagen, glaube ich. Diese letzte Trilogie hier, da hätte man so coole Sachen mitmachen können, auch mit der Wettertechnologie, dass wenn zwei Leute versuchen, das Wetter zu beeinflussen, in gegensätzlich Richtung, dass dann wirklich schlimme Dinge passieren, Erdbeben, Stürme, schwere Gewitter, das hätte man so weit treiben können. Das hätte auch mit dem Multiplayer dann dafür gesorgt, dass das halt auch Konsequenzen hat, wenn zwei Spieler oder mehrere Wetter haben. Dass man dann nicht einfach blind das sich gegenseitig praktisch wieder ausgleicht. Es hätte so perfekt ins Thema gepasst. Mein Leben ist mir gerade ein bisschen zu teuer. So, Leonardo ist auch so einer, der nur mit Vidario sprechen will. Ja, ja, sie scheppert. Ja, auf Karten mit viel Wasser, aber auch nur da, weil das Spiel keine Schiffe hat und auch noch keine Brücken an diesem Punkt. Aber das Wetter ist ja ein Kernthema. Sie sagen ja immer, das ist so mächtig und das darf nicht in die falschen Hände geraten. Und, ja, das nutzen sie auch irgendwie nicht so wirklich. Es läuft eigentlich nur darauf hinaus, dass doch höchstens mal, wenn Gegner auf gefrorenem Eis sind, dass du dann sie halt alle töten kannst, wenn du Sommer werden lässt. Wird erledigt, sie scheppert. Fertig, Meister. Wieso Ironie? Es ist ja nicht falsch. Wenn viel Wasser auf der Karte ist, hat es schon seine Auswirkungen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Also Multiplayer-Karten oder Kampagnen-Karten? Komm, wir verteidigen hier. Es ist echt total unnütz, die Helden dastehen zu lassen. Wie ihr wollt. So gut ich kann. Ja. Nieder mit ihnen. Ihr habt es so gewollt. Der Feind attackiert eure Siedlung. Ausbau abgeschlossen. Ja, ist gut. Ja. 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 vorbei ist wahrscheinlich. Ja, S3 und S4 sind, was die Implementation des Kernthemas angeht, definitiv. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ausbau fertig. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Das Gebäude ist ausgebaut. Das Gebäude ist ausgebaut. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Moment, da muss ich einmal... So, da kam die Post. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Herrisch! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Okay, das ist seltsam. Es klang gerade so, als wäre jemand reingekommen und hätte irgendwas umgeschmissen. Die Tag brauchen wir später. auf jeden Fall. So, auf Härtenlesen können wir mal erforschen. So, und währenddessen gucke ich noch mal kurz, weil ich gerade so Paras schiebe. So, und währenddessen gucke ich noch mal kurz, weil ich gerade so Paras schiebe. So, und währenddessen gucke ich noch mal kurz, weil ich gerade so Paras schiebe. So, und währenddessen gucke ich noch mal kurz, weil ich gerade so Paras schiebe. So, und währenddessen gucke ich noch mal kurz, weil ich gerade so Paras schiebe. So, Bruchdruck war auf jeden Fall, aber ich möchte auch Metallurgie haben. Der Kanonengießer hat uns noch was zu sagen. Wieso wisst ihr nicht, was ihr tun sollt? Ne, man baut auch seine eigene Armee, aber die Helden sind in der Kampagne halt ziemlich stark. Und können halt schon so eine kleine Armee ersetzen. So, und deswegen sind Soldaten halt eigentlich kaum eine Priorität am Anfang. Ja, das hatten wir doch schon. Hallo, Spiel. Helden-Only-Run, also möglich. Könnte schwierig werden. Ich glaube, die späteren Karten schaffst du damit nicht. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ausbau vollbracht. Die Frage ist, wenn ich die Kathedrale für die Stadt baue, behalte ich die? Ausbau vollbracht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Es gibt nicht genug zu essen. So, Drink. So, Drink has been consumed. Kathedrale wechselt mir sehr gut, dann brauche ich eine eigene. So, dann die guten Schuhe. So, die mechanische Uhr. Können wir hier unten irgendwo platzieren, die Ohren. So, dann die Nacht. Euer Dorf wird angegriffen. Ja, mein Herr. Ihr wagt es. Bisschen an. Hier gibt's nix mehr zu. Ich finde nicht immer, dass wir Fluten oder sowas bräuchten. Einfach, dass es zum Beispiel Nahrung als Ressource gibt. Das heißt, du kannst nicht überall Nahrung produzieren. Dann kannst du im Winter keine Nahrung produzieren, aber vielleicht mehr, wenn es regnet. Aber im Regen brauchen seine Dorfbewohner auch unbedingt ein Haus. Wie gesagt, Claycourt verliert einfach komplett alles an erzählerischem Gewicht, weil sie sagen, ja, die Acker sind zerstört, aber niemand hungert da. Wobei ich Nahrung auch so behandeln würde, dass du so nur eine begrenzte Menge speichern kannst. Leicht beschränkt durch bestimmte Gebäude. Ja gut, aber sie haben sich dafür entschieden, eins haben zu wollen. So, und dann sollte man es auch richtig machen. So, die Frage ist, wo wollen wir Platz schaffen? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Wir brauchen mehr Holz. Aber das können wir ja jetzt auch kaufen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Natürlich. Ja, Mann. Ach, Meister Dario. Ihr seid auch hier. Mir scheint, dass uns unser Schicksal immer wieder zusammenführt. Aber ich kann euch verraten, dass wir auch durchaus ähnliche Beweggründe haben, hier zu sein. Es ist Jahre her. Damals war das hier. Damals war das hier noch eine blühende Gegend, nicht so tot wie heute. Bis an einem schönen Sommertag die schwarzen Reiter diese Welt ins Dunkel stießen. Sie brannten alles nieder und entführten meine Schwester. Ich habe sie bis heute nicht wieder gesehen. Und jetzt bekommt der Bastard da oben in seinem Schloss eine Quittung. Ein paar nette kleine Kanönchen für seine Armee. Wenn der wüsste. Aber ein bisschen Natron ins Eisen gemischt. Was denkt ihr, was passiert, wenn die Dinger nass werden? Aber zurück zu euch, Dario. Ich könnte eure Hilfe brauchen. Ein Erdrutsch hat meine Schwefelminen zugeschüttet, sodass ich nicht mehr genug Schwefel habe. Ohne Schwefel kann ich aber kein Schießpulver für die Kanonen machen und mein Plan wird nicht gelingen. Aber ihr könntet mir gerne helfen. Räumt die Minen wieder frei und baut mir vier neue Minen an gleicher Stelle. Ich wäre euch sehr verbunden dafür. Vor allem, jetzt hat Leonardo auf einmal eine Schwester, die die ganze Zeit in Kerberos Händen war und er hat trotzdem uns die ganze Zeit helfen dürfen. Lasst mich eure Wunden versorgen. Betrachtet die Sache als erledigt. So, Pilgrim. Ja. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ja. Zahltag. Einer eurer Sägewerker ist traurig, weil die Steuern zu Ruf sind. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, äh, Lichtung und habe Holz gefällt. Jetzt mal die Minen drei, äh, vier mit, äh, Leibeigenen leer machen und dann erst bauen. Kann ich jetzt Feierabend machen? Gute... Ich habe nicht so den Schwefelbedarf hier. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Kein Problem. Gebt Acht, euer Dorf wird angegriffen. Natürlich. Nichts lieber als das. Na gut. Ausbau abgeschlossen. Gut. So, wie auch noch immer. Komm, Chemie. Dann können wir auf Architektur und, äh, Stehendes hergehen. Fertig, Meister! Aber gern. Aber gern. Scherbro ist jetzt wieder böse. Ja. Aber gern. Gut, das hat ja auch nur eine, eine Mission gedauert. Aber hier fehlt auch eine. Also, vor Nebelberge sollte, äh, sollte noch eigentlich noch eine sein anscheinend. So, wir kaufen schon mal vorsorglich Eisen. Oder das Spiel unfertig liefert. Ja. Darüber werde ich auch, äh, in der Review reden. Also, es fehlt wohl ein Viertel der Kampagne. Ich hab getan, was ihr wolltet. Natürlich. Jetzt so Tipps. Also, ich hab, das Hauptspiel habe ich auch schon durchgespielt. Ich hab nur die, äh, die Add-Ons nicht, äh, nie vollständig gespielt. Ein Hild ist in großer Gefahr. Lasst mein Volk in Frieden. Ja. Ausbau vollbracht. Ja, mein Haus. Ja, mein Haus. Auf sieh! Lasst die Furcht von euch abfallen und kämpft! Das Gebäude ist nun ausgebaut. Nichts Neues bei Siedler ja leider, ne? Ganz ehrlich, neue Allianzen war auch nur so lange in der Produktion. Ganz ehrlich, weil die Steuergelder dafür gekriegt, die haben ja Fördergelder bekommen. Und auch nicht wenig. Aber gern. Ja. Ja, ist gut. Ja. Ja, ist gut. Aber gern. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Es ist Zeit-Tag. Es ist Zeit-Tag. Warum braucht man die Uhren? Die erhöhen die Motivation. Und Uhren sind dafür am besten geeignet, weil sie eigentlich nur Geld kosten und Holz, was du halt in beliebiger Menge bekommen kannst. So, Pilgrim. Ich weiß nicht, seit wann du weg warst, Hanscha, deswegen weiß ich nicht, ob du was verpasst hast. Ein Handel wurde abgeschmissen. So, Rüstung von Schützen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Pfeil-Upgrades hab ich schon. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, äh, Richtung. So, das müssen wir auch mal langsam zu Ende führen. Eine neue Technologie ist erforscht. Fertig, Meister. Ausbau fertig. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Jawoll! Ausbau abgeschlossen. Das Gebäude ist ausgebaut. So, dann braucht es noch 67%. Aber immerhin kommen sie später auch mal mit höherwertigen Soldaten. Die Technologie ist abgeschlossen. Euer Dorf steht unter Beschuss. Die Technologie ist ja sicher nicht genug. Ich muss mich nicht mehr in die Weise suchen. In Ordnung. Die Schützen machen mehr Damage an den Türmen als die Kanonen. So, noch mehr Kahlschlag bitte. Die Frage ist wo? So, ihr seid auch durch. Ihr holt die Steine hier. Es gibt auch anscheinend kein Hotkey für die Uhr. Ja, kann sein, dass das die Anti-Infanterie-Kanonen waren, aber trotzdem. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Fertig. Keine Angst, ich verstehe was davon. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Sicher? Alle Bauernhöfe sind beliebt. Wo sich die Gebäude überhaupt bauen oder reicht es, wenn ich sie einfach nur platziere? Weil bisher war es eigentlich immer so, dass es reicht, wenn die so schon im Auftrag sind. Ich hab getan, was ihr wolltet. Zahltag. Zahltag. Ausbau fertig. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, zwei Schießplätze. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Das gibt ein feines Feuerwerk. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Fertig, Meister. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Fertig. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. So, einen upgraden wir und die anderen gehen gleich hier hin. Irgendwas wollte ich vorher noch gebaut haben. Natürlich. Das Gebäude ist ausgebaut. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Fertig. Also Motivation geht bis 300%. Okay, ne. Sie müssen schon gebaut werden. Alles klar. Aber wechseln sie auch direkt den Besitzer oder erst, wenn ich alle vier gewört habe? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? In Ordnung. Aber gern. So, fahrt. Äh, Pilgrim. Wir brauchen mal eben deine Dienste hier drüben. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja, das waren die... Konnte man hier auch die Türme übernehmen? Fertig. Na, gut. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Schuld werden gezahlt. Eure Siedler werden gesegnet. Fertig. Okay, wechseln direkt den Besitzer. Eine neue Technologie ist da drauf. Fertig. Das ist Wuche. Unverschämtheit. Sämtlich steuern. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Wird erledigt. Wird erledigt. Aber gern. Wenn's denn sein muss... Wenn's denn sein muss... Nichts lieber als das. Kein Problem. Wird erledigt. Natürlich. Ja. Natürlich. Wird erledigt. Wenn's denn sein muss... Ist in Ordnung. Ausbau abgeschlossen. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. So theoretisch kann ich die Universität auch durch ne Bank gleich ersetzen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Peter wirst du Schläfe brauchen. Wozu? Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es ist Zeit. Und die Neigung des Chats zu befriedigen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Heureka! Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Sprecht nun wieder mit Leonardo. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Elgrim. Ist ja immer noch nicht da. Ich habe euch erwartet. Letzte Nacht. Letzte Nacht. Da hatte ich einen Traum. Ich sah ein einstmals stolzes Volk friedvoll und dem rechtmäßigen König treu ergeben. Dann zogen dunkle Wolken auf und der dunkle Herrscher mit seinen Horden stürmte das Land. Er trieb die Menschen tief hinein in das Tal der Verzweiflung, wo sie sich ihm in einer letzten großen Schlacht stellten. Doch der Feind war zu stark, seine Übermacht zu groß, alle wurden niedergemacht, bis auf jene wenigen, die dann in den Schluchten und gletschernde Berge ums Leben kamen. Dort, an jenem Ort, da die letzte Bastion gestürmt war, fiel dem dunklen Lord einer der Kristalle der Macht in die Hände. Dort, Herr, dort, in diesem dunklen Tal, dort müsste ich ihn suchen. Ja gut, Mordred haben sie jetzt schon auch schon offscreen ermorden lassen. Also, wir haben ihn ja nie kennengelernt. Also, ich sag's so, dieses Spiel führt sich so an, als würden wir verschiedene Entwürfe der gleichen Geschichte gleichzeitig spielen. Wo auch die Rollen, also, sie sagen ja auch irgendwie, barbaren Schwarze Ritter und alles so immer so austauschbar. Ah, okay, Nebeneffekt von dem einen, äh, Fix ist, dass sie sich besser verteilen. So gut ich kann, finde dein Heil auf der Seite der Gerechten. So, Universität brauchen wir nicht mehr. So gut, wie ihr wünscht. Na gut. Juppa. Achtung, gleich macht es Raps. Gut. Wie ihr wünscht. Natürlich. So, wir brauchen immer noch jede Menge Eisen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Für den Wechsel auf Abba-Lesten schützen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Seid gesegnet. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Heureka. So, wir brauchen die Hochschule nicht mehr. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Schatzmeister beginnt mit der Arbeit in der Bank. Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch. Leute, ihr könnt doch nicht die Voice-Lens alle gleichzeitig abspielen. Der Wechsel ist nun ausgebaut. Der Tag der Abrechung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. So hohe Steuern hab ich mal. Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind... Das ist Wuche. Unversch... Das ist Wuche. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. So hohe Steuern hab ich mein Liebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So hohe Steuern. Hier zieht uns das letzte... Das ist Wuche. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Wenn's denn sein muss... Seid gesegnet. So, die Beschwerden über die Steuern sind ja zum Glück mit einer Heiligsprechung direkt wieder vergessen. Und mit jeder Menge Uhren. Und wir können jetzt auch wieder auf Sommer gehen. Das ist ein Grund, warum man nur Uhren baut. Ähm... Kosten fast nur Thaler. Ja, das hätte, finde ich, das Motiv sein müssen, dass Mordred der König des Nachbarreiches ist. Der vielleicht auch, äh, die... Der einfach ein Auge auf die Wetter, äh, Technologie geworfen hatte. Beziehungsweise halt auf diese Kristalle. Und dass sich Kerberos halt in dessen Dienst gestellt hat, äh, um Rache an seinen Vater nehmen zu können. So, da hättest du eine Menge mitmachen können. Aber das Spiel legt sich halt nie so richtig fest, wer jetzt eigentlich, äh, unser, äh, unser Feind ist. So, wir brauchen eine zusätzliche Uhr noch. Dann müsste es eigentlich reichen. Komm, wir bauen sogar mal eine Mühle. Habt vielen Dank für eure Unterstützung. Mit dem Schwefel kann ich die Kanonen präparieren und Kerberos damit eine kleine, nette Überraschung bereiten. Wenn ich euch wieder zu Diensten sein kann, ihr wisst, wo ihr mich findet. So, wir können mit Leonardo nicht weiter interagieren. Ausmaukant. Wenn ihr es für richtig haltet, es gibt zu wenig... Ah, wir gehen mal gucken, was hier los ist. Ausbau vollbracht. Eine Uhr noch. Natürlich. Hier sind noch mehr verwaiste Türme. Hm, wie ihr wollt. Wenn ihr wollt. Na gut. Wenn ihr es für richtig haltet. Wenn ihr in euren Besitz genommen. Fertig. Wenn ihr wollt. Ja. Hm, ihr habt einen verwaisten Turm gefunden. Sicher. Ihr habt einen verwaisten Turm gefunden und ihn in euren Besitz genommen. Ausbau abgeschlossen. Ja. Ausbau vollbracht. Seid gesegnet. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. So, den brauchen wir nicht mehr. Schatzkamer Bank wird... Wieso unfertig? Also klar, ich finde, man hätte hier vielleicht ein paar Technologien reinmachen können. Die was mit Besteuerung und Geld zu tun haben. In der Ziegebran-Akai kannst du auch nichts erforschen. Hätte sich, finde ich, auch ein bisschen sehr mit der Steinmetze gedoppelt, wo man natürlich sagen könnte, Steinmetze für Steingebäude und hier in der Lebenbrennerei vielleicht eine Technologie für alle anderen. Ja, die Mühlen und also die Guthöfe sind sinnfrei. Ich weiß nicht, was sich Bluebyte da gedacht hat. Aber Bluebyte scheint sowieso eigentlich fast alle Balancing-Entscheidungen mit einer Partie Knüffel entschieden zu haben. Okay, so langsam gehen mir diese... Wow, langsam haut die richtig rein. Natürlich. Fertig, Meister. Wenn Gott es so will. Ja, ist gut. Ich bin schon unterwegs. Es sei. So, Erik geht auf die Drei. Beziehungsweise theoretisch, wenn du einfach eine von den Schützen bewachst, das sollte ja eigentlich funktionieren. Wird es wahrscheinlich nicht, weil das wäre ja zu einfach. Ja. Nein. Ja. Ja. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Hier gibt es jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Ich glaube, für die Add-ons will ich die Mod mit den Dorfzentren haben. Jawohl. So soll es sein. Feinde greifen euch an. Jawohl. Leert sie das Fürchten. Eine neue Technologie ist erfolgen. In Ordnung. Wird gemacht. Euer Wunsch ist mir befehl. Macht sie nieder. Ja, Herr. Attacke! Eure Arme sind in der Störung. Folgt mir, Brüder! So soll es sein. Sofort. Dafür sind wir genau die Richtigen. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Nur Mut! Wir werden siegen. Ja, gern. Dafür sind wir genau die Richtigen. Leert sie das Fürchten! Attacke! Leert sie das Fürchten! Für Ruhm und Ehre! Ohm, Erik, macht das schon. Ich habe alles im Griff. Ihr seid auf Feinde gestürzt. Sie greifen an. Wie ihr befehlt. Also, dass ich auf die Kampagne übertragen. Ja, das ist das Problem, finde ich. Vorsicht, Kameraden! Macht sie nieder! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Leert sie das Fürchten! Wie ihr wünscht, Javi. Feinde haben ein Held attackiert. Warum gibt es hier nicht mehr Schwefel? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich weiß, dass wir einmal während einer Klassenfahrt in der Ausbildung losgeschickt wurden. In Gruppen mit jeweils einem Eisennagel. Und sollten den halt immer mit irgendwelchen Leuten gegen andere Sachen eintauschen. Und uns wurde erzählt, es hätte damit zu tun, dass Eisen früher so wertvoll war, dass du mit einem großen Eisennagel eine Prostituierte bezahlen konntest. Und daher der Begriff jemanden nageln kommt. Irgendwie seid ihr ziemlich ähnlich, was Schwefel angeht. Okay, das ist der falsche Außenposten gewesen. Ups! Aber, ich sag mal so, die, ähm... Bogenschütz... Die Augen auf hier, das soll unterminden, dürfte auf jeden Fall was bringen. Ich glaube, hier konnte man auch ganz viel erkunden. Was hätte ich mit dem Nagel gemacht? Ja gut, eingetauscht. Wurden wir gerade mit Prostituierten verglichen. So wie einige hier auf Schwefel pochen, musst du dich daran denken. Eisennägel findet man auf jedem Feldweg. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Jetzt sind sogar alle Truppen wieder voll. Gut, zumindest die, die ihren Hauptmänner überlebt haben. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Jeder menschliche Körper besitzt genug Knochen für ein Skelett. Huch! Anscheinend haben wir diese Angriffe noch nicht unterbunden. Schaut euch das an, wie das gebottleneckt ist. Einfach nur durch die, äh... Ja, mein Herr. Mit dem Tempo, wodurch die, dass die rauskommen. Ja, ich tue mein Bestes. Auf in den Kampf! Bis in den Tod! Ja, Herr, seid unbesorgt. Wie ihr wünscht. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Feinde haben einen Held attackiert. Das kann ich. Na gut. So, die kamen vorhin von hier. Sofort, wie ihr befehlt. Vor allem hier wurden ja auch Teile wieder für die letzte Map, äh, wiederverwendet. Also ich glaube, der ganze Teil mit der, mit der dunklen Festung. Jawohl. Jawohl. Aber gut, spiel ich ja, ist ja auch die gleiche Gegend, also... Jawohl. Sofort. Das finde ich eher sogar noch sehr schön. Aber man kommt an große Teile der Map gar nicht ran, sondern, äh, weil sie halt nur für Cutscenes existiert. Wie ihr befehlt. Warte, ich konnte doch die irgendwie, die, ähm... Die Kanonen. Die ja noch gar nicht bei Kerberos sind, also... Gingen die da nicht kaputt? Huch. Diesmal kamen sie von der anderen Seite. Eure Macht ist mir befehlt. Nur Mut. Wir werden siegen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ergreift sie. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ja, mein Herr. Gell. Hm. Jawohl. Wie ihr wünscht. Jawohl. Wie ihr wünscht. Genau, es ist der ewige Kreis. Ganz ehrlich, das Ende von Erdbeer Könige ist im Grunde genommen auch König der Löwen. Ich kann keine Schwefelmine bauen. Ich hab keine Schwefelschächte. Nur Mut. Wir werden siegen. Attacke. Hieß es nicht, die Kanonen gehen kaputt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Ja, gern. Leert sie das fürchten. Ja, wann werden die denn ausgeliefert? Macht sie nieder. Euer Dorf wird angegriffen. Angriff. Macht sie nieder. Nee, es gibt keine Tribute. Angriff. Fürchtet die Wunde nicht länger. Ja. Nur Mut. Wir werden siegen. Macht sie nieder. Auf in den Kampf. Wie ihr befehlt. Feinde greifen euch an. Leert sie das fürchten. Leert sie das fürchten. Der Rohstoff in einer eurer Eisenschächte geht zur Neige. So, jetzt zerstört bitte den Turm, bevor der noch mehr spawnt. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Leert sie das fürchten. Seid unbesorgt. Euer Wunsch ist mir befehlen. Macht sie nieder. Ergreift sie. Leert sie das fürchten. Ihr werdet angegriffen. Euer Wunsch ist mir befehlen. Weil mein Kind fand ich es immer schade, dass man selber nicht die Türme bauen konnte, um dann halt selber postenlose Truppen zu bekommen. Nur Mut. Wir werden siegen. Ja. Wird gemacht. Ja. Wir kümmern uns darum. Für Ruhm und Ehre. Gern. Ergreift sie. Euer Wunsch ist mir befehlen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Macht sie nieder. Ihr werdet angegriffen. Nur Mut. Wir werden siegen. Bis in den Tod. Da rennen Zivilisten. Ja, aber die sind nicht mein Ziel. Wir werden siegen. Für Ruhm und Ehre. Wir werden im Nebelreich noch genug Kriegsverbrechen begehen. Wir erledigen das. Wir kümmern uns darum. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Macht sie nieder. Dafür sind wir genau die Richtigen. Feinde greifen euch an. Ja. Auf in den Kampf. Der Tag der Abrichtung. Ja, so langsam war es das mit der kritischen Masse hier. Ergreift sie. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Auf in den Kampf. Feinde greifen euch an. Für Ruhm und Ehre. Macht sie nieder. Zerstört mal bitte den Turm, bevor die den wieder aufbauen. Macht sie nieder. Wie ihr wünscht. Angriff. Gerb. Eure Siedler werden gesegnet. Ihr werdet angegriffen. Ja. Auf in den Kampf. Für Ruhm und Ehre. Nur Mut. Aber ich glaube, hier erreichen wir nicht mehr, wo es was war. Und dann, dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Genau, ihr rennt einfach nicht durch das Tor. Ihr rennt einfach hier an der Mauer vorbei. Ihr werdet angegriffen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Es ist Zeitdorf. Wir kümmern uns darum. Das kann ich. Das kann ich. Nur Mut. Wir werden siegen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wird gemacht. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Boah, ich habe jetzt aber schon 5 Sterne-Truppen. Die will ich nicht verlieren. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wenn Gott es so will. Ja, Herr. Dann muss ich auf. Dann geht's. Jawohl. Es ist Zeittag. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ein Handel wurde abgeschlossen. Jawohl. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wir kümmern uns darum. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Jawohl. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Und damit sind auch unsere Truppen wieder voll. Wenn Gott es so will, selbstverständlich. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Zusammen ab. Sofort. Das kann ich. Wie ihr wünscht. Jawohl. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Wenn Gott es so will. Lass mich auch einen Doppelklick auf die Schichten schützen, weil es nicht immer zuverlässig ist. Wenn es darum geht, Sachen auszuwählen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache das schon. Ja. Jawohl. Aber ich weiß, dass ich bei meinem ersten Playthrough hier das Problem hatte, dass Dario hier lag. Mit all den anderen Helden. Und ich habe da mehrere Armeen reingeballert, um ihn wieder rauszukriegen, weil ich sonst nicht mit Leonardo sprechen konnte. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ja, gern. Ein Held ist in großer Gefahr. Wenn Gott es so will. Geht mit dem Segen des Herrn. Natürlich. Bis in den Tod. Für Ruhm und Ehre. Lehrt sie das Fürchten. Ja, gern. Natürlich. Wird gemacht. Auf in den Kampf. Macht sie nieder. Bei mir sind auch nur Ballistatürme dafür, dass sie hier einen wichtigen Gefangenen haben. Ihr werdet angegriffen. Die Leiteigenen vorausschicken und als Fleischschild benutzen. Will nicht etwa der Chat zu Kriegsverbrechen anstiften? Ich gebe mein Bestes. Nur Mut. Wir werden siegen. So, ich weiß nicht, ob der Prinzessin was passieren konnte. Ich weiß nicht, ob der Prinzessin was passieren konnte. Aber es scheint zumindest so, als hätten wir die Angriffe unterbunden mit den beiden Spawnpunkten, die wir zerstört haben. Wir werden siegen. Okay. 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 Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ein Held ist in großer Gefahr. Ja, gern. So gut ich kann. So gut ich kann. Ja, natürlich. So gut ich kann. Helios unterlag und ist bewusstlos. In Ordnung. Natürlich. Natürlich. Für Ruhm und Ehre. Lehrt sie das Fürchten. Seid gesegnet. Auf in den Kampf. So. Ah, endlich. Habt vielen Dank, edler Herr, dass ihr mich aus der Hand dieser Barbaren befreit habt. Welch ein furchtbares Volk. Aber, wo bin ich hier eigentlich? Wohin haben mich diese Räuber denn verschleppt? Das sieht ja gruselig aus hier. Sagt, edler Herr, dürfte ich euch um einen weiteren Gefallen bitten? Würdet ihr mich zu meinem Vater geleiten? Ihr werdet mich doch nicht so ganz alleine in dieser furchtbaren Einöde zurücklassen, oder? Ich kann mich genau daran erinnern, dass Dario... So, Fanboy Dario wird wieder... ...konfirmed. Der sah so süß darin aus. Ihr werdet angegriffen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Auf in den Kampf. Seid unbesorgt. Wir kümmern uns darum. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Lehrt sie das Fürchten. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Bis in den Tod. Angriff. So soll es sein. Euer Wunsch ist mir Befehl. Seid unbesorgt. Seid gesegnet. Feinde greifen euch ein. Einer eurer Lehmschächte wird bald leer sein. Oh nein, was soll ich nur tun? Dort oben im Baum. Wo ist die Prinzessin? Okay, wenigstens folgt sie. Wenigstens kein... Die NPCs sind langsamer als das normale Lauftempo. Und sie bleiben stehen, wenn man so weit weg geht. Diese neuen Spiele aus den 2000ern auch noch voll mit diesem Vogue-Zeug. Ja, sowas von. Ganz ehrlich, wenn man bedenkt, wie viele Leute sich aufregen, sobald eine Frau mal in irgendeinem Setting kompetent ist. Aber ich würde gerne mal hören, dass die sich beschweren, dass in die Seuche nicht Ari diejenige ist, die entkommen ist. Als Diebin, die bestimmt schon aus zig Gefängnissen ausbrechen musste. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Und die auch von der Statur viel besser durch enge Sachen kommt. Nein, es muss Pilgrim sein. Und dann nutzen sie es nicht mal, weil... Weil man hätte ja irgendwie so eine Geisel mal als Druckmittel einsetzen können oder so. Ja, der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Euer Dorf wird angegriffen. Natürlich. So soll es sein. Ja, natürlich. Leute, lauf doch mal durch. Da, Junge. Ihr habt unserem Volk und mir große Dienste erwiesen. Wir stehen tief in eurer Schuld. Vielleicht kann ich euch noch einen wichtigen Hinweis geben, der euch eurem Schicksal näher bringen wird. Meine Tochter hat bei den Banditen ein Gespräch belauschen können. Sie hat gehört, dass Kerberos einen Teil des Orbs eures Vaters in einem schwer zugänglichen Außenposten am Rande des großen Ödlandes verwahrt. Der Weg dorthin führt euch durch die dunklen Sümpfe. Aber der Zugang dorthin ist versperrt. Wir hatten ihn einst blockiert, um den dunklen Horden den Weg in unsere Stadt zu versperren. Wir benötigen eine Menge Schießpulver, um den Zugang wieder frei zu sprengen. Leider sind unsere Vorräte erschöpft. Im Westen des Landes gibt es aber ein verborgenes Bergdorf. Dort lebt ein etwas verrückter Erfinder, der mit solch explosiven Stoffen handelt. Wenn ihr uns dort Schießpulver besorgt, sprengen meine Männer den Weg für euch frei. Wieso kann Pilgrim das nicht einfach? Aber ja, das wirkt auch so ein bisschen so. Es stimmt also, was man sich über euch erzählt. Wieso geht es denn jetzt weiter? Wahrscheinlich, weil beide Quests jetzt vorbei sind, ne? Mein Kind, endlich nach so langer Zeit. Wie bin ich froh, dich wiederzusehen. Endlich kann dir nichts mehr geschehen. Dario, edler Herr, auch wenn ich auf ewig in eurer Schuld stehen werde und meinen Dank in Worten alleine keinen Ausdruck verleihen kann, so möchte ich doch, dass ihr als Geste meiner Dankbarkeit diese kleine Schatulle an euch nehmt. Bitte erweist mir diese Ehre. Seht her, edler Meister. Ein nettes Sönnchen. 2.000 Thaler für euch. Da hat sich der gute Mann aber nicht lumpen lassen. Das ist ja nur... Das ist nicht mal ein Zahltag an diesem Punkt. Bruh. Aber ja, diese Map wirkt auch... Ja, die ist wirklich sehr groß. Gut, wir wissen nicht, was die für High Heels trägt. Ähm, aber ja, sie ist schon sehr groß. Aber die Map wirkt auch so ein bisschen so... Ich wüsste nicht, wann man sie sonst packen sollte, aber sie wirkt auch so, als wäre sie früher angedacht gewesen. Vielleicht, dass wir... dass Evelance vielleicht so zur Mitte hin war. Praktisch, dass uns da dann Kerberos hinterher geht, nach irgendwie so einem Drittel der Kampagne. Und, ähm, dass wir dann erstmal noch die anderen Missionen machen und dann halt zum Ende hierhin zurückkommen. Der Tag der Abwech. So, ich glaub... Genau, Leonardo spricht wieder nur mit, äh, Dario. Ah, Meister! Ihr wieder! Seid mir aufs Herzlichste gegrüßt! Nun, da ihr meine Schwefelminen wieder aufgebaut habt, kann ich euch einiges von dem Schießpulver abgeben, das ich zwischenzeitlich gefertigt habe. Geht aber äußerst vorsichtig damit um. Nicht, dass euch Dinge um die Ohren fliegen, die das gar nicht sollen. Ich habe das Schießpulver bereits nach Tendrell bringen lassen. Ich schätze, ihr könnt euch nun aufmachen, euren Orr aus dem Außenposten zu holen. Heizt den Burschen nur ordentlich ein. Gerne werden sie euch das Schmuckstück nicht überlassen. Dario, habt Dank für das Pulver. Wir haben den Durchgang zu den Zümpen bereits freigesprengt. Ihr könnt nun passieren. Und jetzt, da der dunkle Bastard mich nicht mehr erpressen kann, werde ich auch Truppen ausheben, die die Stadt verteidigen. Eines noch. Da euch ein schwerer Kampf bevorsteht, möchten wir euch zwei militärische Anlagen in der Stadt unterstellen. Hier könnt ihr eure Truppen auffrischen und neue Einheiten rekrutieren. Viel Erfolg, Dario! Möge das Glück mit euch sein. Gabi, ich weiß was du meinst, die kompetenten Frauen sind oft schon mit Pi-Default-Sau. Rey ist zum Beispiel so ein Fall. Wobei ich finde sie hätten sie nach, äh... nach, äh, Force Awakens durchaus... die hätte die Kurve noch kriegen können. Dann haben sie in Last Jedi aber gesagt, wir gehen da jetzt voll drauf. Sind voll auf unserem eigenen Cool-Aid. Aber das Ding ist, es wird bei weiblichen Charakteren eigentlich immer gesagt, auch wenn es nicht so ist. Während halt dann Sachen hinterfragt werden, die bei männlichen Charakteren niemals hinterfragt werden. Fertig, Meister. Nein, nein, geht doch nicht. Och, nö. Die Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Ja, ist gut. Das kann ich nicht. Wird erledigt. Ja, ist gut. Ja, Disney Star Wars ist, ich meine, wenn der Lorien soll, glaube ich, gut sein. Guck auf Boba Fett war ziemlich gemischt, so wie ich gehört habe. Und, ähm, Andor soll ziemlich gut sein, habe ich gehört. Aber ich hatte noch nicht Gelegenheit, die Sachen zu gucken. Aber die Secret-Trilogie möchte ich einfach nur vergessen. Ich muss, ich finde, Rise of Skywalker ist besser geworden, als er jedes Recht hatte zu werden, nach Last Jedi, weil Last Jedi einfach null Aufbau betrieben hat für diesen Film. Und Rise of Skywalker hat das halt alles auch noch tragen musste. Wir erledigen das. So gut. Aber es funktioniert halt als Ganzes einfach nicht. Stimmt, Tales of the Jedi gab es ja auch noch. Siegnen die Bewohner der Stadt. So, das, das letzte Orb-Teil, sagen sie. Wie ihr wollt, sofort. Ich tue mein Bestes. Das kann ich. Das kann ich. Gleich sehen sie, die am besten, am schlechtesten verteidigt zu gucken spielen. Kommt aber noch mal ein Film mit Rey. Oh. Das kriegen sie aber nicht mehr glattgezogen mit ihr. Ich meine, wer hat bitte gesagt, wir nehmen den größten Plot-Twist in der ganzen Trilogie und fündigen ihn in einem Fortnite-Event an und nirgendwo sonst? Weil sie hätten wenigstens Last Jedi damit enden lassen müssen, auch wenn das den Film wahrscheinlich noch den Rest gegeben hätte, nachdem er ja vorher war. Wir erledigen das. Gut, ich weiß nicht, wobei ich mich bei Last Jedi auch frage, ob das vielleicht auch so ein Film ist, der im Schneideraum zerstört wurde. also, das heißt ja, der Ursprüche Star Wars wurde in diesem Raum gerettet und es gibt ja auch genug Filme, die da kaputt gehen, weil sie ja auch, wie gesagt, die nehmen ja immer viel mehr Szenen auf, verschiedene Versionen von Szenen, wo an denen viel dann auch gar nicht im Film landet. Zum Beispiel The Amazing Spider-Man 2, also da sind ja auch dann im Trailer Szenen gewesen, die nie im Film waren. Und dann haben sie Plotlines irgendwie drin gehabt, die nirgendwo hingegangen sind und andere haben sie komplett vernachlässigt. Aber was ich erstaunlich finde, ist, dass jetzt, wo es die Sequels gibt, finden auf einmal auch alle die Prequels gut. ganz ehrlich, die Prequels profitieren halt sehr davon, dass Clone Wars so gut war und halt all das gemacht hat, was die Prequels hätten machen müssen. So, jetzt sind die Leute froh, dass Hayden Christensen wieder die Rolle gespielt hat. Dass wir vor allem darüber hergezogen haben, wie schlecht er als Schauspieler ist. Wow, der ist aber ziemlich out there. Attacke! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ja! Ergreift sie! Wir kümmern uns darum. Ergreift sie! Ergreift sie! Angriff! Ja, gerade rückkehrt ja jede ihre Tat. Ist ja von der Original-Trilogie schon der Schwächste. Ihr werdet angegriffen. Gern! Jawohl! So soll es sein. Das kann ich. Wir kümmern uns darum. So soll es sein. Ja, Herr. Attacke! Gut. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft! sechs Jahre und dann in die Im düsteren Tal der Verzweifelten, das sich hinter Tendrell befand, fand sich das letzte Teil des Orbs. Damit war die Suche vollendet, alle Teile des Orbs in einer Hand. Dario würde beim Volk ohne Zweifel als wahrer Herrscher anerkannt werden. Noch schien die Feste unernehmbar, doch die Außenposten waren vernichtet und die Tochter des Königs von Tendrel befreit. Dankbar boten sie ihren Beistand an. Mit dem Minenbau für Leonardo war man dem großen Endkampf gegen Evelance einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Stimmt, das ist in der letzten Mission, ne, mit den Kanonen. Seit Kerberos zurück nach Evelance gegangen war, hatte man nichts mehr von ihm gehört. So stand vor aller Augen, dass es nicht mehr Mordred selbst war, der die Angriffe ausführte, sondern Kerberos. Es mochte aber auch sein, dass die beiden gemeinsam ihre Ziele verfolgten. Es fehlten Verbündete. In der Einöde des großen Ödlandes, so hieß es, würde es noch einige aussätzige Städte geben, die sich gegen Mordred zusammengetan hätten. Ja, ich finde das letzte Orb-Teil so, das hätte Kerberos eigentlich selber an seiner Person tragen müssen. Es gibt keinen Weg zu der Feste von Evelance in dieser Mission. Das erfahren wir erst danach. Super. Die Helden hatten das große Ödland erreicht und eilten weiter zur Festung. Dort wurden sie gar freundlich empfangen. Ihr seid der Träger des Amuletts. Befehlt uns und wir werden gehorchen. Wir sind ein letzter Außenposten am Rande des großen Ödlandes. Gebt wohl Acht. Kerberos-Truppen sind allgegenwärtig. Doch es gibt auch Hoffnung. Hier in der Ödnis gibt es zahlreiche von Kerberos-Verstoßenen, deren Schicksal sie zu seinen Todfeinden werden ließ. Ihr mögt wohl in der Lage sein, diese tapferen Bewohner der Vierdörfer von eurer Sache zu überzeugen. So, da ist mir OBS gerade abgeschnürt. Also der Stream ging laut OBS noch weiter, aber die Aufnahme war abgeraucht. Da war das Ende von Evelance anscheinend gerade zu aufregend. Ja! Ihr habt nicht genug Taler. In Ordnung. Aber gern! Nichts lieber als das. Ja! Ich finde, hier hätten sie es eigentlich so stricken müssen, dass das hier nicht nur ein Außenposten ist, sondern halt wirklich Widerstandskämpfer, die vielleicht schon sogar seit dem Ersten Krieg gegen Mordred noch diesen Kampf hier führen. Sehr wohl! Aber gern! Ja! So sei es! Sie haben alle eingesperrt. Alle! Wow, super! Das hat mir jetzt total viele Informationen gegeben. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, vom Außenposten. Aber Außenposten von wem? Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Sehr wohl! Pilgrim, gehen wir mal hier gucken. Weil vielleicht müssen wir was freisprengen. Ich glaube, hier hinten gab es nur Holz. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Das sieht schon nach Steinen aus. Jo. Das Eisen. Ich glaube, hier war Schwefel, oder? Nee, hier war Schwefel. Aber das ist diese Stadt auch irgendwie nicht ein bisschen gut. Sie hat gut Verteidigungen. Aber Rohstofftechnisch ist ja gar nicht aufgestellt. Und in der vorletzten Mission sollte der Spieler vielleicht nicht unbedingt ganz von vorne anfangen. Das ist doch gut. Wir haben eine Hochschule, wir haben schon Schießplatzkaserne. Aber halt... Wovon finanziert sich dieser Widerstand? So gut ich kann. Ja. 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 Blut und Entschlossenheit. So gut ich kann. In Ordnung. Seid gegrüßt, meine Freunde. Bitte helft uns in unserem Elend. Unser Dorf ist eingeschlossen von einem undurchdringbaren Sumpf. Am Nordrand des Sumpfes gibt es einen wetterkundigen Gelehrten. Vielleicht könnt ihr ihn überzeugen, uns zu helfen. Ein neuer Auftrag. Sehr wohl. Ja, ich glaube das Sumpfdorf ist da drüben. Ja. 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 Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja gut, dass Evalence dass hier so diese große Schlacht war. Also ich finde Evalence hätte halt dieses Beispiel dafür sein können was passiert, wenn Wettertechnologie in die falschen Hände gerät. Dass das einfach dann komplett alles zerstört. Ihr könnt mich nicht reizen. Nein, könnt ihr nicht. Hört endlich auf damit. So, wir brauchen noch nicht so dringend Stein. Wir brauchen eigentlich unbedingt Schwefel, äh, Leben. Deswegen Und es hat eigentlich wirklich Platz dafür. Ähm, den Schwefelschacht sprengen wir mal frei. Nein... Ich verstehe was davon. Nein. Ich verstehe was davon. Nein. Aber gern! Natürlich Sofad. So, Darius scoutet mal weiter. Pilgrim auch. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Ja. Ja? Wird gemacht. Ja, mein Lord. So gut ich kann. Sehr wohl. Ich glaube, hier konnte man Angriffe abwehren. Flieg und zeig uns, was du siehst. Ich hab getan, was ihr wolltet. Hi Fabi, willkommen zum Stream. Wie ihr wollt. Zahltag. Zahltag. Okay, drehen bringt auch nix. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ah, ich hätte erst noch Bildung erforschen müssen. Aber wir brauchen eh Stein. Jupp. Klar stirbt man, äh, verliert man, wenn er, äh, der Reiter stirbt. Deshalb soll man ihn ja beschützen. Bildung erforschen mit Ungebilden. Ja, das ist immer so eine Geschichte. Wir haben schon eine Hochschule. Wieso müssen wir Bildung noch erforschen? So gut ich kann. So gut ich kann. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, mein Lord. So gut ich kann. Fertig. So gut ich kann. Bitte, edle Herren. Helft uns. Kerberos Truppen haben alle meine Kameraden gefangen genommen und verschlägt. Aber nicht ihre Waffen abgenommen. Ich flehe euch an. Zerstört diese Mauern und befreit sie. Ich werde den Feind auskund schaffen. Ihr könnt mir folgen, sobald ihr eine große Streitmacht aufgestellt habt. Ich glaube Nebelberge konnten wir auch schon Mauern zerstören. Sehr wohl. kelp. Das war's für heute. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. So, Holz und Schwefel. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Fertig. Sie können Gebäude drehen, aber ich habe das Gefühl, die konnten dann nirgendwo hin, wo sie nicht auch sonst Platz gehabt hätten. Ja, ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Fertig! Na super. Passt nicht. Geschafft. Der Tag der Abwärts. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja! Sehr wohl. So, wir scouten mal weiter. Sehr wohl. Ja, mein Lord. Zweiter Siedlungsplatz wäre schön. Gut. Sehr wohl. In Ordnung. Wie ihr wollt. Ausbau vollbracht. Ja. Feinde haben einen Held attackiert. Wie ihr wünscht, mein Herr. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja. Wie ihr wollt. Ja, mein Lord. So gut ich kann. Gut. In Ordnung. Ja, ja. Lehm. Gut. Ja, mein Lord. Oder Johannes schon wieder. Mensch. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Tribut kann ich den Winter herbeirufen. Wieso? Ja. Wenn er kein Orbteil hat, sollte er es eigentlich nicht können. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Zahltag. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ja, mein Lord. So gut ich kann. Ja, mein Lord. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wir gehen jetzt schon mal in ein Wohnhaus. Wir sind mal so nett. Ja. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, mein Lord. So gut ich kann. Ausbau abgeschlossen. Ja, mein Lord. 2000 Taler. Wie ihr wollt. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Das Gebäude ist ausgebaut. Gut. Ja. Es ist Zahltag. Ich sag immer, ein Mensch, der viel durchmacht, wird dann stärker. Das könnte ein bisschen lauter werden. Wie ihr wollt. Fertig. Es hinterlässt eher Wunden, die im schlimmsten Fall liefer heilen. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Na gut. Gut. So wolltet ihr ja nicht scouten. Ich meine, ich würde hier auch nicht einfach reinrennen und scouten wollen. Aber er hat gesagt, er macht's. Ihr habt es so gewollt. Geht mit dem Segen des Herrn. Bleibt in meiner Nähe, damit ich eure Wunden heilen kann. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, mein Lord. Folgt mir in den Kampf. Ha! Salim ist zu Boden gegangen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Ja, mein Lord. In Ordnung. So gut ich kann. Sehr wohl. In Ordnung. Wie ihr wünscht, mein Herr. So gut ich kann. Ja, mein Lord. So gut ich kann. So gut ich kann. Der Tag der Abrichtung. Steuern und Solt werden gezahlt. Also wir brauchen gleich unbedingt Zahn in ihm. Du steckst in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ich stecke in Schwierigkeiten. Helft mir. Boah die haben ja wirklich null Vision. Helias. Helias. Und Salim auch. Weg da. Boaz, Mekka und Medina. Natürlich. Für das Volk. In Ordnung. So gut ich kann. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ich tue mit allers Hilfe mein Bestes. Ja, wenn die ersten kaputt sind, dann ist es leichter. Deshalb habe ich ja darauf Wert gelegt, dass sie das auch fertig machen. Aber erstmal müssen die sich jetzt regenerieren. Feinde haben einen Held attackiert. Und dann, dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Dach, Chef. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Es ist Zeit, ha? Also. Aber das ist jetzt wieder so ein Fall Die Karte gibt vor, wie viel du bauen kannst Mit dem Bevölkerungslimit Das ist halt überhaupt nicht befriedigend Eigentlich musst du hier den Dude bezahlen fürs Wetter Weil du wirst nicht in der Lage sein Sollst du nicht extra noch reinrennen? Neue Technologie erforscht Das könnte ein bisschen lauter werden Ausbau abgeschlossen Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf Ihr habt es so gewollt Das Gebäude ist ausgebaut All eure Wohnhäuser sind belegt Aber es gibt noch obdachlose Siedler Baut mehr Bauernhöfe Um all eure Siedler versorgen zu können Wenn ihr es für richtig haltet Auf sieh! Einer eurer Helden wird angegriffen Na gut Moment, also das lasse ich aber nicht gelten Das ist wie so alt Weil Blue Byte Weiss Also die wussten genau Wow Wie sie es hinkriegen könnten Dass mehr Siedler möglich sind Und ich würde sogar sagen Mit den starren Routinen Die die Siedler haben Es dürfte das weniger sein Als die tausend Siedler Die halt theoretisch laufen können Wie sie wollen Bündelt im Licht Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich Baut mehr Bauernhöfe Um all eure Siedler versorgen zu können Gibt Acht! Die Falle ist aufgestellt! Angriff! Hallo Akbar! Ja, mein Lord Ja 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 Ja, bei der Grafik kann ich es mir vorstellen Aber ich sag mal so Das ist etwas, was halt Nicht gut gealtert ist Dass man dafür dann beim Brutelfaktor gespart hat Ein Hilf ist in großer Gefahr Ich gebe mein Bestes Folge mir Natürlich Genau Der eine Brie Muss jetzt natürlich darüber laufen Und kann nicht zulassen Dass seine Freunde Bekehrt werden Ist klar Freunde Kommt zu mir Mittleiterliche Feldhauwitze Von der Scheune Sehr interessant Andererseits Darius Darius Einen Soulbound Mit einem Vogel Ja Das hat auch Das interessiert halt auch Keine Sau Das Gebäude ist ausgebaut Einer eurer Helden wird angegriffen All eure Wohnhäuser sind belegt Aber es gibt noch obdachlose Siedler Zahltag Alle Bauernhöfe sind belegt Einige Siedler haben mich zu essen Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht Wobei ich vermuten würde Dass sie bei 8 Spielern sowieso nicht auf so viele Siedlungsplätze gegangen sind Und wie gesagt Blue Byte hat 10.000 Siedler in der Vergangenheit hinbekommen Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht Und auch schon 20 Spieler in einem Match Helios Hol die mal bitte rüber Hol die mal bitte Es ist Zahltag Gut mit 16 Spielern Und dann auch noch 3.9 Und das ist halt schon sehr Limit Aber ich bezweifle auch Dass das Spiel Multicore Prozessoren sinnvoll nutzt Das tun ja viele moderne Spiele schon nicht Oder zumindest Spiele Die heute noch beliebt sind Und auch noch weiterentwickelt werden Minecraft zum Beispiel Leert sie das fürchten Streitet furchtlos Freunde Kommt zu mir In Fahrt mit euch Natürlich Sicher Ja Wir kümmern uns darum Jawohl Na gut Ja ich wollte schon sagen Als es Äh 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 König rauskam Waren Mehr Kernprozessoren Einfach noch nicht üblich Verteidigt euch Ihr werdet angegriffen So, ich kann aber, glaube ich, nichts mehr hier tun, ohne dass ich zweites Dorfzentrum brauche. Und hier gibt es keins. Ich meine, ich glaube, Wetter kriege ich schon noch erforscht, aber das ist schon alles sehr knapp bemessen hier. Feinde greifen ihn an. Das Gebäude ist ausgebaut. Zahltal! Das Gebäude ist ausgebaut. Profitieren eigentlich Helden von irgendeiner Technologie? Das Gebäude ist ausgebaut. Alle an Hedias immer hängen. Wenn Gott es so will, ja, mein Herr. Wenn Gott es so will, selbstverständlich. Spürt den Zorn des Herrn. Folge dir, mein Zorn. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Ja, mein Lord. Seid unbesorgt. Ja, mein Herr. Ja. Feinde haben einen Held attackiert. Bis in den Tod. Helpe. Macht sie nieder. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Es ist Zaltag. Wie hat meine Klinge? Das kann ich. Lehrt sie das Fürchten. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Gut. Gut. Weiter. Einer eurer Helden wird angegriffen. Selbstverständlich. Er wagt es. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es gibt zu... ...wilgern. ...in eurem Reich. Dario liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Na gut. Arie liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Ja, natürlich. Inschallah. So wird es gehen. Wie ihr wünscht. Der Feind attackiert eure Siedlung. Natürlich. Bleibt doch nicht überall hängen. Mit Freuden, Sidi. Jawohl. So, wir nehmen unsere Stabtruppen mal. Die werden eh bald überflüssig. Ja, Herr. Jawohl. Es gibt nicht genug zu essen. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Einer eurer Helden wird angegriffen. Wird gemacht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, ganz großes Kino passt alles nicht. Natürlich. Ja. Na gut. Wird erledigt. Mit Freuden, Sidi. Ich tue mein Bestes. So soll es sein. Ausbau vollbracht. Alles weg. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So was benötigen wir am ehesten. Eisen, wenn ich das richtig sehe. Ich meine, ich hätte hier auch irgendwo ein paar Eisenvorkommen gesehen. Wird erledigt. So gut ich kann. Folge mir, mein Zuge. Das kann ich. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das. So, Helias bekehrt einmal. Feinde greifen euch an. Wir erledigen das. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Solltrücken gezahlt. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Seid gesenkt. Wird gemacht. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Oh, sie hat den Turm klariert. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Alle Bauernhöfe sind verliebt. Ein Gesinn, um nicht zu essen. Ihr seid auf Feinde gestorben. Sie greifen an. Der Sieg wird unser sein. In Fort mit euch. Fürchtet die Wunde nicht länger. Fertig, Meister. Wehe, ihr Wetter. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Folgen wir mal schon. Auf sie! Auf sie! Feinde haben einen Held attackiert. Yeah! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Macht sie nieder. So, hier sind doch die tollen Truppen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Jawohl. In Ordnung. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Sofort. Euer Wunsch ist mir befehlt. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Na super, jetzt sind sie wieder auf Hedias gegangen. So gut ich kann. Feinde haben einen Held attackiert. Gebt Acht. Die Falle ist aufgestellt. Fürchtet die Wunde nicht länger. Bis in den Tod. Sie scheppert. Ich glaube, wir können mal vielleicht Speerträger ab... Na, können wir nicht, weil wir die nicht ordentlich ausbauen können. Sonst können wir Speerkämpfe upgraden, weil wir können ja sowieso sie bekehren. Ja, Herr. So soll es sein. Nur Mut. Wir werden siegen. Sofort. Für Ruhm und Ehre. Yes. Wir haben dem Segen des Herrn. Ihr entkommt mir nicht. Ich stecke in Schwierigkeiten. Helft mir. Ihr werdet angegriffen. Hinfort mit euch. Folgt mir in den Kampf. Können wir nicht lieber den Schmetterlingen folgen? Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Zahltag. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Pilgrim. Muss Pilgrim eigentlich zum Detonationszeitpunkt der Bombe in Eriks Aura sein? Oder reicht es, wenn es so ist, wenn er sie platziert hat? Und Feinde greifen ihn an. Gut. Ihr habt es so gewollt. Für das Volk! Gut, gut. So, zerstört die Mauer. Für das Volk! Feinde haben einen Held attackiert. Ich glaube, ich habe es noch nie in dieser Reihenfolge gemacht. So, wir brauchen noch gerade Zeit, um diese Mauer zu zerstören. Weil dann gehören sie nicht jetzt mir, die Leibeigenung. Gehen wir gerade irgendwo hin, wo sie nicht im Weg stehen. Okay. Verwandelt himmlich. Lasst mich eure Wunden versorgen. Attacke! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Sofort! Wir erledigen das! Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Jawohl. Angriff. Heureka. Achtung. Gleich macht es raus. Mauer muss weg. Yep. Ich meine, die Truppen, die wir befreit haben, sind alle wieder tot bis auf die Arbeitslisten schützen, aber ich meine, sie waren for free. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, Ausbau vollbracht. Wo wollen die Schwerträger hin? Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Feinde haben ein Held attackiert. Natürlich. Der Tag der Abbrechung. Steuern und Sold werden bezahlt. Ja, Herr. Ja, Herr. Attacke. So, hier wird 100 pro Ohren Siedlungsplatz sein, oder? Wow, sie haben es noch nicht mal auf Deutsch übersetzt. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Wie ihr wünscht, mein Herr. Gut. Auf sie! Ich hab getan, was ihr wolltet. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Wird erledigt. Wenn's denn sein muss. Ihr habt es so gewollt. Wie ihr wollt. Der Tag der Abbrechung. Steuern und Sold werden gezahlt. So gut ich kann. In Ordnung. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch eure Wohnhäuser. Es gibt nicht mehr wirklich was, was wir tun können. Gut. Sehr wohl. Gut. Ja, mein Lord. Ja. Hier, hier kriegen wir nämlich dann unsere zweite Burg. Wobei ich dann auch noch mich frage, verliere ich dann, wenn ich eine der Burgen verliere? Oder ist das nicht schlimm, solange ich die hier behalte? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, mein Lord. Hier ist einfach jede Menge nichts. Ja, mein Lord. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht... Noch nicht befreite Dörfer. Moment, Dorf 1 gilt als befreit. Hä? Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Ja, super. Gut. Da muss es ja drauf hinauslaufen, dass ich den Winter dabei beschwöre. Und dadurch werde ich, glaube ich, hier angreifbar. Wird erledigt. Ja, ja. Jupp. Es ist schade, es ist ja nicht, dass wir das Haupthaus da zerstört haben, aber das ist schon ein bisschen mau. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Nach Norden scouten. Ähm, aber hier ging es doch nicht durch. In Ordnung. Ja, doch. Es gibt das eine Dorf, gibt es da in der Ecke. Wo man die sechs großen Häuser bauen soll. Das habe ich aber sonst immer zum Schluss gemacht. Nichts lieber als das. Ist es nicht wundervoll hier? In Ordnung. In Ordnung. Ein Lehmschacht? Fertig. Das Gebäude ist ausgebaut. Hm. Ja, alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch Obdachlose-Siedler. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Zahltag! Wie ihr wollt. Sofort. Hm. Wird erledigt. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ja, ja. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforschen. Okay, Dario raved sogar schon, wenn ihr einfach nur ein paar Zivilisten durchlaufen. Ja, ist gut. So gut ich kann. Jetzt fängt Dario noch an, Kriegsverbrechen zu begehen. Was soll das denn? Natürlich. So, wir brauchen Architektur. Oh, eine Kathedrale. Das ist natürlich praktisch, wenn man die bekommt. Wie ihr wollt. Oh meine Herren, ihr kommt genau richtig. Ich habe im Süden einige sehr imposante Städte gesehen. Leider sind unsere Architekten nicht in der Lage, prächtige Wohnhäuser für unsere Arbeiter zu erschaffen. Könntet ihr uns bei der Errichtung einer Mustersiedlung helfen? Das ist einfach Darius Sprecher. Das ist doch Darius Sprecher gewesen. Die Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. So, da ich diese Siedlung danach erbe, sollte ich die Wohnhäuser auch irgendwie so platzieren, dass es... Die können halt alle... Weißt du, sie haben hier ein Laboratorium. Aber ein Haus bauen ist schwierig. Das ist doch Darius Sprecher. Na gut. Aber gern? Helm! Welche Bäume soll ich hacken? Hinter dem Summsdorf, da komm ich ja noch nicht hin. Wir können mal scouten, was es hier noch so alles gibt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ausbau vollbracht. So gut ich kann. Sehr wohl. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Ja, in Ordnung. Ein Eisenschacht, sehr schön. Ein Handel wurde abgeschlossen. Ein Handel wurde abgeschlossen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Handel wurde abgeschlossen. Ich hab das nicht in Ordnung. Ich hab das nicht in Ordnung. Ich hab das nicht in Ordnung. Und das nicht in Ordnung. Ich hab das nicht in Ordnung. Ja, ich muss das Dorf früh übernehmen, weil sonst komme ich nicht weiter. Ja, Rio, hör auf, Kriegszerbrechen zu begehen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Was soll ich mit einer Mühle? Ausbau vollbracht. Ausbau vollbracht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wie wäre es, wenn ihr meine Steuergelder mal dazu einsetzt, ein paar Bauernhöfe zu errichten? Was? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Jupp. Nichts lieber als das. Was? Baba Gönn. Forschung abgeschlossen. Also selbst Zivilisten können durch ihre bloße Präsenz das auslösen. Ausbaukarte. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Das Gebäude ist ausgebaut. Aber gern. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich bin fertig hier. Sofort. Ausbau vollbracht. 8. Ähm. Das Gebäude ist ausgebaut. 6 Wohnhäu... hä? Ich hab die Feierabend, sonst hab ich immer irgendwo gebaut. Sofort. Also welches zählt nicht? Ich meine am ehesten vielleicht das oder die zwei. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Fertig! Ja, ja. Ja! Ja! So, das Stehendes Heer. Aber den Rest benötigen wir eigentlich an Technologien von der Universität nicht. Fertig! Ausbau vollbracht! Weißt du nicht, was die Technologie Meisterschütze bringt? Nee. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich meine, klar, hier steht Schießen besser und Treffen besser. Wobei, die Treffen ja so viel, ich weiß sowieso immer. Abseits von der Ausweichfähigkeit, die manche Einheiten, glaube ich, mit Stufe 5 kriegen. Ausbau abgeschlossen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Die laufen sch- What? Was soll das denn? Ein Handel wurde abgeschlossen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Herr, man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Okay, es hat offenbar gereicht. Einige Siedler haben nichts zu essen. Wie wäre es, wenn ihr meine Steuergelder mal dazu ein... Leute, ich hab euch gerade erst übernommen. Der Tag der Abricht. Und ich bin auch schon wieder direkt am Population-Cap damit. Diese Sägewerke sind auch ziemlich out there. So, direkt erstmal die Unis abreißen. Wobei, Ausbau von Banken... Ja, komm, machen wir einfach mal. Weil ich glaube, wir haben hier schon eine Bank stehen, oder? Ja, hier, aber die ist zwar schon ausgebaut, aber trotzdem. Naja, es macht eigentlich nicht Sinn, weil Bogenschütze normalerweise langsamer sein sollten als Nahkämpfer. Hier lässt er sich gut leben. Es gibt nicht genug zu... Wie wäre es, wenn ihr meine Steuergelder mal dazu einsetzt, ein paar Bauernhöfe zu errichten? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Alle Bauernhöfe sind benötigt. Einige Siedler haben nichts zu essen. So, fahrt. Natürlich. Ich bin wirklich sehr hungrig. Sorgt bitte für mehr Bauernhöfe. Und dann... Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Da, Chef... Wo kriegen wir denn hier noch einen Bauernhof runter? Das Gebäude ist ausgebaut. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ausbau vollbracht. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Fertig, Meister. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. So, dieser Kanonenturm hier ist so useless. Kann es sein, dass man keine Rohstoffe zurückkriegt, wenn man ein Gebäude abreißt, die man von Anfang an hatte? Hier gibt's nix mehr zu holen. Ist in einem... Na gut. Ausbau fertig. So, Dario hat hier aber eigentlich nichts mehr zu tun, oder? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Lass mich erraten, die Bohstoffe werden nur anhand der Basiskosten berechnet, aber nicht mit den Upgrades. Wie wäre es, wenn ihr meine Steuergelder mal dazu einsetzt, ein paar Bauernhöfe zu errichten? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Jupp. Ich hab getan, was ihr wolltet. What a lovely day. But alias, I am the vibration. Es gibt nicht genug zu essen. Na, es kommt nach Siedler. Ähm, mal gucken. Sartrek Armada hab ich noch auf meiner Liste, wobei ich gucken muss, ich hatte, als ich es letztes Jahr versucht hatte, hatte ich Probleme, dass OBS es nicht aufnehmen wollte. So, du wirst entlassen. Siedler neue Allianzen, das hab ich doch gar nicht. Wenn ich nicht bald... Ich habe Hunger. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Ja. Oh. Wenn's denn sein muss. So kam man hier zu dem anderen Dorf. Ich hab getan, was ihr wolltet. Wie ihr wünscht, mein Herr. So gut ich kann. Sehr wohl. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Da kann man immerhin schon... Ja. Man kann die Karte aussehen. Da sind immer so... Leute. Das ist doch nicht euer Ernst. So, fahrt. Wenn's denn sein muss. In Ordnung. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Ja. Sehr wohl. Gut. So gut ich kann. Ich hab getan, was ihr wolltet. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Wenn ich nicht bald einen Platz in einem Bauernhof finde, falle ich vom Fleisch. Einer eurer Helden wird angegriffen. So gut ich kann. Es ist Zahltag. Was haben wir hier? Ja. Sehr wohl. Stimmt. Hier konnte man, glaube ich, den Sumpf gefrieren lassen. Wie ihr wollt. Forschung abgeschlossen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Danke für eure Hilfe, nehmt diese Rohstoffe als Geschenk. Wenn ihr diesem Pfad nach Norden folgt. Wenn ihr diesem Pfad nach Norden folgt, erreicht ihr ein weiteres Dorf. Adar. Sie haben die Hoffnung in die Zukunft verloren. Ihr könnt das ändern. Sprecht mit dem Mann, der im Dorf am Baum steht. Ich bin mir sicher, ihr könnt ihnen helfen. Er klingt einfach wie Goofy. Ich mach das schon. Ja. So. Ari. Hier oben war doch was. Hier konnte man doch, glaube ich, irgendwas holen. Wenn man hier mit den Helden hingegangen ist. Hier bleib ich gern. Zahltag. Euer Dorf steht unter Beschuss. Deshalb wollte ich keinen Winter haben. Alarm. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wovon? Bezahlt den Wetterbrä, haben sie gesagt. Fürchtet die Wunden nicht länger. Folgt mir. Bei Mohammed. Es sei. Das kann kein Ungläubiger besser. Achtung. Gleich macht es Rotz. Jawohl. Wenn Gott es so gut ist. Tja, gern selbstverständlich. Wie ihr wünscht. Oh. Einer eurer Helden wird angegriffen. Helias unterlag und ist bewusstlos. Ja. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch Obdachlose. Zahlin belebt die Leute wieder. So sei es. Ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes. Sicher. Freilich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gebt acht. Euer Dorf wird angegriffen. Natürlich. Fertig. Meister. Das wäre jetzt sehr schlecht rauszufinden, dass wir wirklich nur eins von den von einer von den Burgen verlieren dürfen. Ausbaukant. Es gibt nicht genug zu essen. Gern. Jawohl. Der Feind attackiert eure Siedlung. Aber Gern. Ausbau vollbracht. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedlung. Wenn Gott es so bin. Sofort. Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Aber Gern. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedlung. Das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein Problem. Nur Mut. Wir werden siegen. Ausbaukant. Wird gemacht. Jawohl. So, aber was gab es denn hier in dem Dorf noch? Der Alarm ist beendet. Angriff. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ja. Wird erledigt. Na gut. Ausbaukant. Ausbaukant. Ausbau abgeschlossen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es ist Zahltag. Aber gern. Ja. Ich will das hier eigentlich nicht unbewacht lassen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So soll es sein. Ja. Ausbau vollbracht. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ausbau abgeschlossen. Ja, ist gut. Das Ding ist, ich kann selber keine Wettertechnologie aufbauen. Na gut, jetzt könnte ich es. Das Gebäude ist ausgebaut. Nö. Doch. Das war nicht nett. Fertig? Nö. Ja. Ja. Ist das nicht wundervoll hier? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Ihr werdet angegriffen. Nur Mut. Wir werden siegen. Für Ruhm und Ehre. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Macht sie nieder. Sofort. Alle Bauernhöfe sind verlegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ein Ingenieur beginnt mit der Hand. Seid unbesorgt. Ja. Ja. Wir kümmern uns darum. Ihr werdet angegriffen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Arbeiter bezahlen mit Stoffen. Alle Bauernhöfe sind verlegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ergreift sie. So, wir speichern auch mal. Wir hätten sonst eine Menge Progress verlieren können. Falls das eine Lost Condition ist. Wobei ich auch irgendwie Ubisoft zutraue, dass sie nicht dran gedacht haben. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ne, hier ist auch kein Dorfplatz. Alle Bauernhöfe sind verlegt. Einiges Laden müssen. zu messen. Ausbau abgeschlossen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser. Ist das nicht wundervoll hier? Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ausbau vollbracht. Ausbau vollbracht. Das können wir jetzt wieder richten. Sie greifen an. Bis in den Tod. Super. Spawner eben neue Truppen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ausbau abgeschlossen. Nur Mut. Wir werden siegen. Nur Mut. Wir werden siegen. Euer Wunsch ist mir befehlen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. lehrt sie das fürchten. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Das Gebäude ist ausgebaut. Für Ruhm und Ehre. Vor allem, die gehen auch extra den langen Weg, ne? Die können ja auch einfach hier rausretten. Was ihr wolltet. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Gut. Ja. Wie ihr wollt. Wie ihr befehlt. Ja, mein Herr. Wird gemacht. Für Ruhm und Ehre. Ihr werdet angegriffen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Attacke. Bis in den Tod. Zeitag. Attacke. Gut. So gut ich kann. Ihr habt es so gewollt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Einer ihrer Helden wird angegriffen. Wow. Das ist eine tolle Basis. Angriff. Attacke. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Super, sie schließen auf Ariel und der AOE reicht gerade so, dass sie jetzt noch meine Schützen erreichen. So, Ari tankt mal. Eure Arbeiter bezahlen diese Steuern. Macht sie nieder! Jawohl, macht sie nieder! Für Ruhm und Ehre! Attacke! Nur Mut! Wir werden siegen! Ich tue mein Bestes! Macht sie nieder! Bis in den Tod! Attacke! Kanonenschöme würden S4 vor allem auch nicht reinpassen, weil keines der Völker Schießpulver hat. Bis in den Tod! Streng genommen. Als Trojaner lasse ich ja noch irgendwo gelten. Attacke! Sofort! Ihr werdet angegriffen. Ergreift sie! Jawohl! Macht sie nieder! Bis in den Tod! Streitet furchtlos! Ja, natürlich! Wie ihr befehlt! Bis in den Tod! Auf in die Schlacht! Ja, ich weiß, dass die Mayas Schießpulver haben, aber sie dürften es nicht haben. Nieder mit ihnen! Feinde haben einen Held attackiert. Und ich glaube, für das letzte Dorf müssen wir, glaube ich, gar nicht mal groß was tun. Ich glaube, es reicht, wenn wir es erreichen. Wenn ihr es für richtig haltet. Das Ding ist, ich kann nicht wieder Sommer machen, weil sonst ich nicht mehr da rüberkomme. Ja. In Ordnung. Euer Dorf wird angegriffen. Wie ihr wollt! Wir erledigen das! So gut wie... Hier ist noch ein Siedlungsplatz! Super! Jetzt bekomme ich den, wo die Map fast vorbei ist. Oh nein! Wird erledigt! Euer Dorf steht unter Beschuss! Das Wasser ist gefroren, sondern es Winter ist genau. Genau. Sucht mich doch! Natürlich! Es ist Zaltag! Kein Problem! Bei ihm! Weil dann wahrscheinlich das hier, der, äh... Siedlungsplatz, den ich in Erinnerung hatte. Jaaaah! Sneak 100! Jaaa! Na, schafft sie das? Ich hab getan, was ihr wolltet. Na, sie ist fast durch. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ich stecke in Schwierigkeiten, helft mir! Lenkt mal ein bisschen das Feuer ab. Ausbau abgeschlossen! Ja, okay. Das ist jetzt, äh... Eher schlecht gelaufen. Da müssen wir da eben gewaltsam rüber. So gut ich kann. Aber wir haben ja jetzt Platz für noch mehr Soldaten. Hm? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Das kann ich! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Soldaten gezahlt. Sie schüttert aber gern! Ausbau fertig! So lange machen wir es aber nochmal Sommer. Jaaa! Jaaa! Der Sommer kehrt zurück! Der Sommer kehrt zurück! Jop! Jaaa! Hier gefällt es mir! Jaaa, mein Herr! Herisch? Jaa, mein Herr. Ausbau vollbracht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nein. Ich finde es auch auffällig, dass es kein Sammelpunkt-Feature für die... Kasernen gibt. Ja! Eine eurer Lehmschächte wird bald leer sein. Ja, in Ordnung. Der Winter kommt. Es gibt nicht genug zu essen. So gut ich kann. Seid unbesorgt. Ausbau abgeschlossen. Sehr wohl. Euer Wunsch ist mir Befehl. Diesmal kein U im Span. Nee, eigentlich nicht. Lohnt sich finde ich nicht. Gern. In Ordnung. Jawohl. Ja, ja mein Lord. Sehr wohl. Ja! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen hinein. Dafür sind wir genau die Richtung. Also, meine Truppen sind rüber. Das heißt... Warte. Da kommen noch mehr von meinen. Kriege ich hier irgendwo einen Schießplatz unter? Sieht nicht so aus, ne? Okay. Sonst hätte ich nämlich überlegt, zu sagen, wir bauen da einen Schießplatz. Nichts lieber als das. Zeitag. Okay, die müssen bis hier hin. Wenn's denn sein muss... Einfach einen Schießplatz in der Base bauen. Ja, wahrscheinlich, ne? Reduziert der Winter auch die Sichtweite? Ich meine, die Bewegungsgestelligkeit will ich sowieso im Kampf haben, aber... Ihr werdet angegriffen. Winter erhöht die Sichtweite. What? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Ergreift sie. Sehr wohl. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Für das Volk! Der Herr gebe euch Kraft. Für die Ehre! Ja, Feinde haben einen Held attackiert. Sofort. Ergreift sie. Ja, natürlich. Attacke! Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Macht sie nieder. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Nur Mut! Wir werden siegen! Es ist Zeitag! Nur Mut! Wir werden siegen! Nur Mut! Wir werden siegen! Ein Held ist in großer Gefahr. Dario wurde überwältigt und liegt kampfunfähig auf dem... Was passiert, wenn alle Helden am Boden sind? Nichts. Ja, es ist dem Spiel völlig egal. Ich glaube, es gibt eine Mission im Legenden-Add-On, wo du am Anfang Pilgrim nicht verlieren. Das aber auch nur, weil er deine einzige Einheit ist. In Ordnung. Nur Mut! Wir werden siegen! Bis in den Tod! Ja, Herr. Für Ruhm und Ehre. Euer Wunsch ist mir Befehl. Stopp! Für Ruhm und Ehre. Ihr werdet angegriffen. Ich tue mein Bestes. Angriff! Angriff! Bis in den Tod! Stopp! Sicher, das? Ja, ist gut! Aber gern! Wie ihr wünscht! Bis in den Tod! Wie ihr wünscht! Wie ihr wünscht! Jawohl! Wie ihr wünscht! Lasset die Furcht von euch abfallen! Und kämpft! Wir brauchen definitiv einen Schießplatz hier. Und dann, dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen! Und der... Dachschäden! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Nur Mut! Wir werden siegen! Zahltrat! Ergreift sie! Ich tue mein Bestes! Für Ruhm und Ehre! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt! Fettisch! Ergreift sie! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt! Jawohl! In Ordnung! Lasst mich bitte meine Arbeit machen! Ich mach das schon! Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen! Dort oben im Baum! Wir kümmern uns darum! Ihr werdet angegriffen! Das kann ich! Sofort! Ja! Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Leer zieh das Fürchten! Angriff! Lasst mich bitte meine Arbeit machen! Ich mach das schon! Attacke! Wie ihr wünscht! Jawohl! Nur Mut! Wir werden siegen! Wie ihr erwünscht! Ihr werdet angegriffen! Für Ruhm und Ehre! So! Dann Leib eigener! Ja! Jawohl! Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei! Lasst mich bitte meine Arbeit machen! Ich mach das schon! Bis in den Tod! Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei! Bis in den Tod! Der Tag der Abrechnung! Steuern wird Sold werden bezahlt! Attacke! Einer eurer Helden wird angegriffen! Ergreift sie! So! Erik! Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben! Sofort! Attacke! Auf sie! Ja, ja! Nur Mut! Wir werden siegen! Ihr werdet angegriffen! Macht sie nieder! Wie ihr wünscht! Für Ruhm und Ehre! Ja, gern! So, kann man bitte jemand Ari wiederbeleben? Angriff! Einer eurer Helden wird angegriffen! Bis in den Tod! Fürchtet die Wunde nicht länger! Wandelt im Licht! Angriff! Wie ihr wollt! Wie ihr befehlt! Es ist Zahltag! Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen! Dort oben im Baum! Jawohl! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt! So eine Schießanlage beim Gegner bauen, habe ich doch schon! Ergreift sie! Wenn ihr wollt, freilich! Bis in den Tod! Leert sie das Fürchten! Der Baum braucht Wasser! Wasser! Aber wenigstens sagt uns das Spiel nicht direkt im Voraus, dass wir Wettertechnologie dafür brauchen! Nun waren genügend Verbündete gefunden, um den Kampf gegen Evelance aufzunehmen! Im Osten schlossen sich die Einwohner von Highport an! Dank der Aufbauarbeitenden Ashford, welches im Norden lag, wurden dessen Einwohner zu Verbündeten! Und durch den Gebrauch der Wettermaschine konnten die Bewohner von Killarney und Adair für Bündnisse gegen Evelance gewonnen werden! Es hieß, die Dörfer würden einige Zeit brauchen, um ihre Truppen in Bereitschaft zu stellen! Derweil bereiteten die Helden die Belagerung der Burg von Evelance an ihrer Westseite vor! Ja, wenn Ari durchgekommen wäre, hätten wir früher gewinnen können, das stimmt! Finale! In den großen Ödlanden hatten die Helden viele Verbündete gefunden, die sie im Endkampf gegen Evelance unterstützen würden! Unseligerweise bedurften die Alliierten noch manchen Tages, um ihre Truppen zu sammeln! Doch die Zeit der Helden sollte nicht verschwendet werden! Denn Kerberos würde seine sicheren Burgmauern weiterhin befestigen und zum Gegenschlag ansetzen, wenn sich Gelegenheit ergäbe! Eine Siedlung hier in der Nähe der großen Ödlande konnte genutzt werden für die Vorbereitung des großen Angriffs! Mit der Wettermaschine am Wasser würde man Kerberos angreifende Truppen wohl aufhalten können, aber das Dorf und die Verbündeten wären dann von den Helden getrennt! Herr, in dieser verlassenen Stadt können wir unser Lager aufschlagen und von hier aus unsere letzte große Schlacht vorbereiten! Dann stoßen wir diesen Kerberos von seinem Thron und dann, dann seid ihr endlich König! Und ich, aber lassen wir das bis jetzt! Der Bursche hat sich in seine Burg hoch oben in den Bergen zurückgezogen, Dort sitzt er wie der Adler in seinem Nest! Hm, wird nicht leicht sein, ihn da rauszuholen! Die Gegend ist sehr unzugänglich und dazu noch gut bewacht! Ihr werdet nicht so ohne weiteres in den inneren Bereich der Festung eindringen können, Meister! Die schweren Tore, die den Weg versperren, lassen sich nur von diesem Vorposten hier aus öffnen! Kerberos hat einen Teil seiner Horden an diesem Vorposten zusammengezogen! Da euer Kommen sicherlich nicht unentdeckt geblieben ist, müsst ihr damit rechnen, dass er nicht auf euch warten, sondern euch angreifen wird, solange ihr eure Streitmacht noch nicht in voller Stärke versammelt habt! Eure Verbündeten aus dem großen Ödland haben versprochen, euch Hilfstruppen zur Unterstützung zu schicken! Ihr müsst aber standhalten, bis diese hier eingetroffen sind! Sie werden über den zugefrorenen See zu euch stoßen! Hoffentlich sind sie da, bevor das Eis schmelzt! Und wollen wir hoffen, dass die Truppen von Kerberos nicht bemerken, dass auch sie euch über das Eis erreichen können! Wenn ich es recht bedenke, keine ganz ungefährliche Situation für euch, wenn ich das mal so sagen darf, edler Herrscher! Ich glaube, die Verstärkung war ziemlich unterwältigend. Aber wir bekommen wenigstens mal direkt eine einigermaßen ausgebaute Siedlung. Aber gern! Aber gern! Kein Problem! Wird erledigt! Ja, die erste Szene mit dem König aus Ausstieg eines Königreichs habe ich tatsächlich gesehen. Und das ist, glaube ich, auch der Synchronsprecher von Jean-Luc Picard gewesen. Und ich dachte erst mal so, uh. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Baut mehr Bauern, um all eure Siedler besuchen zu können. Ihr habt... Herr, seht nur! Eine alte Wettermaschine! Wo kommt die denn her? Die könntet ihr benutzen, um den See auftauen zu lassen. Damit wärt ihr von dieser Seite gegen Angriffe gefeit. Aber die Hilfstruppen aus dem Niemandsland kämen dann auch nicht mehr zu euch durch. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Super, wir haben keine einzige Technologie erforscht hier. Ich hab getan... Ist das nicht wundervoll hier? Wird erledigt! Ich hatte es tatsächlich auch ursprünglich so verstanden damals. Und bin auch ziemlich enttäuscht, dass das nicht so ist. Dass halt die ganzen Hürstentümer, denen wir geholfen haben auf dem Weg bis hier... Dass die uns hier Verstärkung schicken sollen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. So gut ich kann. Nichts lieber als das. Nichts lieber als das. So, fahrt! So, haben wir eine zweite Hochschule hier? Nein. Nein. Es ist Zahltag. So gut ich kann. Meister, dieser arme Mann scheint stumm zu sein. Gebt ihm doch etwas von unserem... Eurem Geld. Und wer weiß. Vielleicht erweist er sich ja sogar auf irgendeine Art und Weise erkenntlich. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. 5000 Taler. Mhm. Ich hab getan, was ihr wolltet. Was war hier nochmal gewesen? Fettisch? Natürlich. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Natürlich. Wenn's denn sein muss. Eine neue Technologie ist erforscht. Jupp. Bünder ledig. Ja. Eure Arbeiter bezahlen für die Steuern. Ich hab getan, was ihr wolltet. Die Hilfstropen eurer Verbündeten aus dem großen Ödland werden in Kürze eintreffen. Was? Ich hab eigentlich im Kopf, dass das viel später passiert. Ausbau abgeschlossen. Wenn's denn sein muss. Hier lässt er sich gut leben. Ihr braucht mehr Holz vor der Hütte. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Eure Bauernhöfe produzieren nicht... Ach so, jetzt kommt es halt schon Staatshöfe. Ja, ich hab auch im Kopf... Aber ich hab auch im Kopf, dass irgendwann nicht später hier unten auf der Map noch was kommt. Natürlich. Ausbau abgeschlossen. Ausbau vollbracht. Sehr wohl. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ausbau abgeschlossen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wird erledigt. Nanu! Fremde hier in der Gegend. Das gab's ja seit Ewigkeiten nicht mehr. Was treibt euch hierher? Wollt ihr hoch zur Burg? Nun, es gibt da verschiedene Wege, die ihr nehmen könnt. Wenn ihr dem Pfad nach Süden folgt, stoßt ihr auf den alten Lebensbaum. Dort wendet euch rechts. Und ihr kommt über den alten Friedhof hoch auf den Berg. Dort findet ihr auch einen kleineren Außenposten der Burg. Allerdings habe ich gehört, dass man dort nicht gerne Besuch hat. Nun, ihr könnt auch geradeaus. Da kommt ihr dann zur Siedlung des Burgherrn. Ist aber keine schöne Gegend. Alles kahl und finster. Hier baut er Kanonen und Waffen. Manchmal wünschte ich, dass würde jemand einreißen und neu bauen. Dann würde mich der Kanonendonner auch nicht mehr bei meiner Nachtruhe stören. Nun, und dann habe ich gehört, dass es noch einen anderen Weg geben soll. Aber dazu kann ich euch nichts sagen. Da müsst ihr jemand anderes fragen. So, nun will ich aber endlich nach Hause. Gehabt euch wohl. Bitte fällen, sonst wird der noch zu viel. Noch zu Kriegen führen. Das war gerade aber auch mein Gedanke. Ich merke, ich habe euch gut erzogen. Oh, durch die Cutscene waren jetzt die Gegner hier alle unverwundbar. Der Sieg wird unser sein. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft. So, direkt zur Zitadelle ausbauen. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Ich habe getan, was ihr wolltet. Aber gern. Ja. So, ich habe hier kein Lager, richtig? Ich habe getan, was ihr wolltet. Es gibt nicht genug zu essen. Ja. Bisschen ordnen. Wir haben direkt erstmal eine Statue gebaut. Das Gebäude ist ausgebaut. Zahltag. Wenn's denn sein muss. Ha, die Hilfstruppen eurer Verbündeten aus dem großen Ökland sind auf dem Weg. Ausbau abgeschlossen. Propaganda für die Dörfer, genau. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Jo, wir kaufen direkt mal Stein. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ähm, was auf. Wir stellen die Steuern jetzt schon hoch. Weil wir haben zwei Kirchen. Das sollte eigentlich genügen, damit wir das kompensieren können. Das Gebäude ist ausgebaut. Sie schabbert. Ausbau fertig. I created this. Herr, seht nur. Die Verstärkung von euren Verbündeten aus dem großen Ödland ist eingetroffen. Jetzt werden wir diese Burschen auf seinem Hügel ordentlich einheizen, oder? Ähm, aber ihr wisst ja, die kommen nur zu euch rüber, solange der See zugefroren ist. Schwimmen können dienen ihren schweren Rüstungen nämlich nicht zu gut. Wow, wir kriegen ganze vier Trupps. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Geschafft. Das wird man gerne, Leon. Her Definition. Ja, es ist einfach alles was auch Wir kümmern uns darum. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich soll ich gar nicht hier sein. Schatzkammer haben wir schon. Eine Steinmetzüte wäre gut. Wenn es denn sein muss. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Zeitag. Wie ihr wünscht. So, hier ist Schwefel. Aber sonst ist hier nichts, wenn ich das richtig sehe. Ich meine, eine Schwefelbine kann ich natürlich nicht einfach so lassen. Da ist noch eine Schatztruhe. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ich bin ein Steinmetz. Na gut. Wird erledigt. Bisschen an. Das Gebäude ist ausgebaut. Ausbau vollbracht. Fertig. Ja, ja. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber so hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Wie soll ich das denn machen? Oh, die Belohnung werde ich aber auch für deinem neuen Projekt wahrscheinlich... Na gut, wobei das sollte kein Thema sein. Und abgetan was ihr wolltet. Abgemacht. Ausbau vollbracht. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es ist nicht noch ob dafür sie sind. Ich habe getal was ihr wolltet. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Aber wir geben trinken. Es ist noch ein Mysterium. Obdachlos und hoch besteuert. Nichts lieber als das. Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Nichts mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Fertig, Meister. Heureka. So, mal ein paar Uhren. Ihr könnt hier noch Steine abbauen. Hier zieht uns das Netz. So hohe Steuern habe ich meinen Liebtakt noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So, Schmiede. Müssen wir auch noch irgendwo hier reinquetschen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Fertig, Meister. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Dach, Chef. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Ausbau fertig. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. So, mit einer Kathedrale und einer Kirche sollte auch segnen gar kein Thema sein. Oh, mehr Steine. Herrisch. Ja, ja. Fertig. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Eine neue Technologie ist erforscht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Angriff. Feinde greifen eure Häuser an. In Fahrt mit euch. Fertig, Meister. Ich brauche eure Hilfe, meine Freunde. So, ihr baut eine Schmiede. So, ihr baut eine Schmiede. So, aber ich habe gleich selber Wettertechnologie. Dann brauche ich auch nicht den Dude zu bezahlen. Feinde greifen ihre Häuser an. So, Ari kann mal scouten gehen. Wie ihr wollt. Keine Angst, ich verstehe was davon. Wenn ihr meint... Ja, auf sie! Ein Held ist in großer Gefahr. Abgemacht. Nieder mit ihnen! Gut. 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 Ja, dass das Eis nicht einbricht bei einem Kanonenfeuer ist auch ein Wunder. Eure Siedler werden gesegnet. Ich habe getan, was ihr wolltet. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Wow, ihr interessiert euch ja sehr für Ari. Zehn Meter Eisschicht, Permafrost. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Sicher. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Sehe. Ich bin schon unterwegs. Na gut. Können wir überhaupt... Wir können gar nicht den Befehl geben. Wir dürfen den Baum nicht fällen. Na gut. Ich glaube, das höchste, was passieren könnte, ist, dass wir vielleicht die anderen Bäume fällen dürfen und er dann automatisch überspringt. Ansonsten hat Bluebite anscheinend sogar daran gedacht, dass man den heiligen Baum nicht fällen kann. Natürlich. Wie ihr wollt. Der Handel ist beschlossen. Freunde, kommt zu mir. Einer eurer Helden wird angegriffen. Zahltag. Na gut. Ja, ich bin schon unterwegs. Fertig, Meister. Wenn's denn sein muss. Na gut. Ist das wirklich der heilige Baum? Kein Kuppi. Wie ihr wollt. Sicher. Ja, der Baum scheint wirklich göttlichem Schutz zu unterstehen. Können wir irgendwo noch ein paar Uhren reinquetschen? Natürlich. Ja. Eure Siedler werden gesegnet. So, Ausbau von Stollen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hier wären zwei Hochschulen mal wirklich cool. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Na gut. Aber was mir hier fehlt, ist ein Siedlungsplatz, aber ich meine, hier wäre einer gewesen. Wenn wir hier Minen bauen, sonst brauchen die Bergarbeiter ja ewig, bis die da sind. Ein Handel wurde abgeschlossen. Wenn ihr es für richtig haltet. Ja, ja. Natürlich. Ausbau abgeschlossen. Mensch, hier ist ja eine richtige Versammlung. Sicher. Seid mir gegrüßt, Milord. Ihr macht einen kleinen Ausflug in die Berge? Nun, für eine kleine Giste der Aufmerksamkeit könnte ich euch einen geheimen Pfad zum Außenposten des dunklen Lords zeigen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Einfach Simplicismus gefunden. Willkommen, Willkommen. Ihr sucht das Besondere. Nun, kein Problem, kein Problem. Bei mir findet ihr die besten Kanonen weit und breit. Gutes Materialkampf erprobt und äußerst günstig. Ein Restposten aus alten Tagen sozusagen. Wie ist es? Kommen wir ins Geschäft. Ja. Seid mir gegrüßt. Ihr habt bestimmt schon von meinen einmaligen optischen Gläsern gehört, oder? Für einen kleinen Obolus erlaube ich euch einen einmaligen Blick durch mein Fernglas. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Eure Siedler werden gesegnet. Nichts mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Auch ein Siedlungsplatz, Leute. Wird das nie was. Wie ihr wollt. Irgendwann habe ich auch anscheinend meine ganzen Truppen verloren. Fertig, Meister. Ach so, die... Doch, hier habe ich sie. Aber ich kann nicht zu ihnen springen. Weil ich sie das Kript bekommen habe. So, fahrt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Abgemacht. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Eure Siedler werden gesegnet. Okay, haben wir sogar schon zweimal ausgebaut. Nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ausbau vollbracht. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ausbau abgeschlossen. Es hat einfach die Wettermaschine zerstört. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Ingenieur beginnt mit der Hand. Ausbau vollbracht. Hier ist noch ein Siedlungsplatz. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Natürlich. Natürlich. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Sie haben ja einen Streich. Heute einmalige Anwendung wurde es warm und dann ist es weg. So, dann einmal die Verbesserungen erforschen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Seid unbesorgt. In Ordnung. So, wir gehen in die Richtung. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ihr habt eine neue Technologie. Ihr geht auch in die Richtung. Ein Handel wurde abgeschlossen. Ja. Natürlich. Zahltag. Natürlich. Natürlich ist in einem. Es ist in Ordnung. Forschung abgeschlossen. Es ist in Ordnung. Aber gern. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Ausbau fertig. So, hier. Die KI hat einfach irgendwie 60.000er Schächte bekommen an der Stelle hier. Und ich glaube, im Add-on sind die auch meistens großzügiger. So, Pilgrim. Wir brauchen zuallererst Eisen. Das gibt ein feines Feuerwerk. Natürlich. Ja. Sofort. Ausbau abgeschlossen. Hier gibt's nix mehr zu müssen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Kommt, ihr braucht hier auch unbedingt ein paar Uhren. Wissen Ahnung. Ja, ja. Ich hab getan, was ihr wolltet. Der Tag. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Fertig, Meister. Achtung. Gleich macht es Raps. Heureka. Wenn's denn sein muss. Sicher hat. So, Krieg am Baum. Ich muss ja mal die Uhren gerade mal angucken. Fertig, Meister. So, es ist anscheinend gerade zwei Uhr. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich hab getan, was ihr wolltet. Das Gebäude ist aufgebaut. Forschung abgeschlossen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Fertig, Meister. Ja. Keine Angst, ich versteh was davon. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Was war denn hier auf dem Friedhof? Wenn ihr es für richtig haltet. Fertig. Ausbau fertig. Fertig, Meister. Eine neue Technologie ist erfolgt. Sicher. Ausbau abgeschlossen. Ich bin schon unterwegs, ja. Wenn ihr wollt, na gut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ich hab getan, was ihr wolltet. Feinde greifen eure Häuser an. Fertig. Ja, Herr. Ich tue mein Bestes. Wenn's denn sein muss. Kein Problem. Elias. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Feinde haben einen Held attackiert. Das Gebäude ist ausgebaut. Das kann ich. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. So, dann bauen wir gleich Kaserne und Schießplatz. Seid gesegnet. So, ich glaub, hier ist der Teil, wo man von der anderen Evalonkarte herkommt. Wenn ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Fertig, Meister. Ja, fertig. Fertig, Meister. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Fertig. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Natürlich. Na gut. Gut. So, noch ein paar Uhren. Ja, aber gern. Nichts lieber als das, wenn's denn sein muss. Ich hab getan, was ihr wolltet. Zieht euch warm an. Bald wird es schneien. Ja, ich wär nicht was dazu zu sagen, ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ausbau fertig. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Schnee bedeckt die Landschaft. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Aber gern. Perfekt. Das Gebäude ist ausgebaut. Oh nein, nicht der Zugbrunnen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Nichts lieber als das. Fertig. Ausbau vollbracht. Eure Siedler werden gesegnet. Einige Siedler. So hohe Steuern hab ich mein Liebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Ausbau vollbracht. Nichts lieber als das. Haben Steinbergwerke überhaupt ein anderes Aussehen? Ausbau vollbracht. Ich seh da irgendwie nicht den Unterschied. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Das Gebäude ist ausgebaut. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So, wir gucken mal einfach nur, dass wir hier Vision kriegen. Kann ich jetzt Feierabend machen? So hohe Steuern hab ich mein Liebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Zahltag. Kann es sein, dass das Gebäude schon diese massive Vision hat, bevor es überhaupt fertig ist? Feierabend machen? Jo, es macht einfach gar keinen Unterschied. Bleibt eigentlich, dann haben die so absurd hohe Vision. Ich hab keinen Platz zum Nächtigen. Das Gebäude. Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch. Ferris. So, was ist so hohe Steuern? Hab ich mein Liebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlauft. Ich hab getan. Wow, jetzt ist die Motivation einfach durch den Segen runtergegangen auf 300%. Ja, die Tech ist wohl verbuggt tatsächlich. Also sie funktioniert in der Gold Edition wohl nicht. History Edition scheint es gefixt zu haben. Es ist Zahltag. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, und jetzt können wir jetzt auch noch ein bisschen Eisen importieren. Der Feind attackiert eure Siedlung. Schnee bedeckt die Landschaft. Ja, sofort. Komm, wir schauen mal, ob wir den Ausbeutung da zerstören können. Ergreift sie! Geht mit dem Segen des Herrn. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Wird gemacht. Dafür sind wir genau die Richtigen. Abgemacht. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Erik ist kampfunfähig. Forschung abgeschlossen. Gern. Für Ruhm und Ehre. Ihr werdet angegriffen. Der Tag der Abwächtung. Steuern und Soldaten bezahlt. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Das ist doch die eigentliche Frage. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Ich tue mein Bestes. Dafür sind wir genau die Richtigen. Die Sonne kehrt zurück. Sofort. Wir kümmern uns darum. Gern. Bis in den Tod. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Jawohl. Fertig, Meister. Ich frag mich gerade, woher die Beleidigung Stroh doof kommt. Wo du das so schreibst. Das Beue ist nun ausgebaut. Ja, Herr. Ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jawohl. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Manchmal bin ich noch viel Luft im Hirn. So, fahrt. Ja, gut. Ausbau abgeschlossen. Heureka. Seid ihr noch ganz bald groß? Die Steuern sind untragbar hoch. Das ist Wuche. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Wird gemacht. Euer Wunsch ist mir Befehl. War früher die Krümpfe... Ja, das ergibt Sinn. Stimmt. Euer Wunsch ist mir Befehl. So soll es sein. Euer Wunsch ist mir Befehl. Seid unbesorgt. Ja, so soll es sein. Das kann ich. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das Gebäude ist ausgebaut. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ergreift sie. Zahltag. In 8.15 Uhr wird die Pizza geliefert. Uh, da sitzt ich aber unter Druck. Wie ihr wünscht. Aber in der Stunde sollte das hier zu schaffen sein. Das war mein Bestes. Wir erledigen das. Ja, Herr. Jawohl. Lehrt sie das Fürchten. In Ordnung. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Nur Mut. Wir werden siegen. Auf in den Kampf. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Bis in den Tod. Attacke. Zieht euch warm an. Bald wird es schneien. Auf in den Kampf. Attacke. Lehrt sie das Fürchten. Ergreift sie. Jawohl. Attacke. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass laut den hier... Hier. Schützen sind schwach gegen Helden. Das halte ich für ein Gerücht. Ihr werdet angegriffen. Ja, Herr. Auf in den Kampf. Wird gemacht. Das kann ich. Ergreift sie. Attacke. Für Ruhm und Ehre. Bis in den Tod. Für Ruhm und Ehre. Ergreift sie. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ihr werdet angegriffen. Sofort. Auf in den Kampf. Bis in den Tod. Nur Mut. Wir werden siegen. Wir erledigen das. Angriff. Macht sie nieder. Attacke. Ja gut, das ist ja das Ding an Fernkämpfern normalerweise, dass sie für sich betrachtet schwach sind, aber in der Masse halt eigentlich alles wegschmelzen. Bis in den Tod. Die haben ja noch hier so schöne befestigte Aussichtstürme. Ja, für Ruhm und Ehre. Also ich finde es ein bisschen schade, dass man diese Varianten nicht bauen darf. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Dann wollen sie unbedingt den schlimmsten Weg gehen. Pilgrim. Ich brauche dich auch. Wie ihr befehlt. Hier gibt's nix mehr zu holen. Zahltag. Natürlich. Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Natürlich. Natürlich. Ja. Auf sie. Angriff. Seid gesenkt. Wir haben die Rüstungskrisse von Schützen und Sperrdrägern. Für Ruhm und Ehre. Ja, ich verstehe auch nicht, was das soll. So, voll. Folgt mir, Brüder. Ihr werdet angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Das kann ich. Wie ihr wünscht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So soll es sein. Das kann ich. Auf in den Kampf. Macht sie nieder. Ach, hier ist ja auch noch das Tor. Ja, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, war der Schlüssel hier oder war der... Nee, jetzt ist die schwarze Festung, weil hier war meine ich ja auch noch ein Vorposten mit einer Burg. Alles weg. Alles weg. Aber gern, wird erledigt. Aber gern, wird erledigt. Die Tore zum... Ah, Meister, seht nur, die Tore zum inneren Bereich der Festung haben sich geöffnet. Jetzt ist der Weg zur Macht für uns, ähm, für euch frei. Und dann, dann haben wir den Alben übers Ohr gehauen und er... So, räumt ihr mal ein bisschen auf. Das kann ich. Gut. Für das Volk! Jawohl, Angriff! Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Startzentrum. Kein Problem. Ja, sofort. So soll es sein. Wie ihr befehlt. Gern. War da nicht was, dass die ganzen Vorposten, die hier waren, auch wieder da sind? Macht sie nieder. Macht sie nieder. Ausbau abgeschlossen. Seid unbesorgt. Das Gebäude ist ausgebaut. Fertig. Sofort. Ausbau vollbracht. Leute, ihr müsst mich auch mal daran erinnern, dass ich den Segen einsetze. Wir sind auf 197% Motivation. So hohe Steuern habe ich meinen Lebtakt noch nicht zahlen müssen. Das ist ausgebaut. Eure Siedler werden gesegnet. Ausbau abgeschlossen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Sofort. Sofort. Seid unbesorgt. Gern. Ausbau vollbracht. Das kann ich. Herrisch, ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ausbau vollbracht. Das kann ich. Gern. Ja, ja. Wird erledigt. Ah. Herr, seht nur. Die Verstärkung von euren Verbündeten aus dem großen Ödland ist eingetroffen. Jetzt werden wir diesem Burschen auf seinem Hügel ordentlich einheizen, oder? Ausbau abgeschlossen. Zahltag. Ja, ich rechne nicht damit, dass die bis zu mir durchkommen. Macht sie nieder. So soll es sein. So fahrt. Natürlich. Wir kümmern uns darum. Ja. 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 Eure Siedler werden gesegnet. Ja, mein Herr. Ist das der Drang, Mutter zu wählen? Wie ihr wünscht. Es könnte auch das Lebensmotto von Angela Merkel sein. Wird gemacht. Ergreift sie. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Feinde greifen euch auf. Ergreift sie. Ergreift sie. Der Drang, Merkel zu wählen. Seid gesegnet. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Dafür sind wir genau die Richtigen. Forschung abgeschlossen. In Ordnung. Ja. Feinde greifen euch an. Wir erledigen das. Ja. Angriff. Wir kümmern uns darum. Wir kümmern uns darum. Wir kümmern uns darum. Wie dir die Reich. Leer sie das fürchten. Bis in den Tod lehrt sie das Fürchten. Angriff! Angriff! Macht sie nieder! Feinde greifen euch ab. Wir kümmern uns darum. Seid unbesammt. Meister, seht nur. Leonados Rache hat funktioniert. Ihr erinnert euch? Durch den Regen ist das Natrium, das er in das Eisen der Kanonen eingearbeitet hat, nass geworden und explodiert. Herr, jetzt dürfte es für euch leicht fallen, die Feste zu stürmen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ja, Herr. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ich tue mein Bestes. So soll es sein. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wie ihr wünscht. Nur Mut. Wir werden siegen. Natürlich. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Natürlich. Wird erledigt. Ausbau fertig. Gelb. Ja, Herr. Jawohl. Ausbau abgeschlossen. Ich tue mein Bestes. Ne, sie haben es glaube ich. Ich glaube sie haben Natron und Natrium einfach verwechselt. Verwechselt. Gern. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ich tue mein Bestes. Ja. Das kann ich. Ja, Herr. Seid gesegnet. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Nur Mut. Wir werden siegen. Es ist Zahltag. Wie ihr wünscht. Kein Problem. Feinde greifen euch an. Ja. Wird erledigt. Wie ihr befehlt. Jawohl. Jawohl. Nur Mut. Wir werden siegen. Angriff. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Bis in den Tod. Feinde greifen euch an. Euer Wunsch ist mir befehlen. Jawohl. Bis in den Tod. Wir erledigen das. Ja. Die können gleich zueinander aufschließen. Bis in den Tod. Ja. Wird gemacht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Jupp. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Leert sie das fürchten. Bis in den Tod. Ja, mein Herr. Ich tue mein Bestes. Wie ihr wünscht. Euer Wunsch ist mir befehlen. Sofort. Zahltag. Jawohl. Das kann ich. In Ordnung. Das Gebäude ist ausgebaut. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Fertig. Meister. Macht sie nieder. Attacke. Macht sie nieder. Seid unbesorgt. Euer Wunsch ist mir befehlen. Ja, mein Herr. Auf in den Kampf. In Ordnung. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. So soll es sein. Ich würde ja die Gebäude zerstören, wenn die irgendwie mal produzieren würden. Aber tun sie ja nicht. Das ist ja alles scripted hier. Ein Held ist in großer Gefahr. Für Ruhm und Ehre. Sie schüttelt. Angriff. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Auf in den Kampf. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das Gebäude ist ausgebaut. Das Gebäude ist ausgebaut. Nur Mut. Wir werden schieben. Feinde greifen eure Häuser an. Leert sie das Fürchten. Das Gebäude ist ausgebaut. Zahltag. Ich hab getan, was ihr wolltet. Bis in den Tod. Bis in den Tod. Zieht euch warm an. Bald wird es schneien. Ihr werdet angegriffen. Ergreift sie. Nur Mut. Wir werden sieben. Attacke. Schneeflöckchen. Weißröckchen. Ergreift sie. Attacke. So, nochmal speichern. Aber das dürfte nicht mehr lange dauern. Ihr werdet angegriffen. Ihr werdet angegriffen. Bis in den Tod. Auf in den Kampf. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Leert sie das Fürchten. Bis in den Tod. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ja, Herr. Bis in den Tod. So soll es sein. Macht sie nieder. Ja. Auf in den Kampf. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Zahltag. Leert sie das Fürchten. Für Ruhm und Ehre. So, Angriffsgruppe 3 ist gepasst. Sofort. Komplett aufgerieben. Aber das ist okay. Wir haben gut Schaden angerichtet. Sofort. Attacke. Wir kümmern uns darum. Sie schebert. Ihr werdet angegriffen. Ist Not am Mann? Lassen Sie Frauen ran. Ausbau vollbracht. Ausbau vollbracht. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Attacke. Ist in Ordnung. Sie schebert. Feinde greifen euch an. Aber gern. Hm. Jupp. Boah, ich habe diese Mission zu gewinnen so schwer in Erinnerung von meinem ersten Mal. In meinem zweiten habe ich es tatsächlich kaum in Erinnerung. Das ist auch erst ein paar Jahre her. Ich glaube, ich habe meine Truppen da viel zu sehr gemischt, weil ich nicht gemerkt habe, wie OP Arvalesken schützen sind. Und kam uns ein paar Mal nah dran. Ich glaube sogar schon so weit, dass Kerberos rauskommt. Aber ich konnte einfach diesen Unit Spam einfach nicht überwältigen. Segnen. Das ist eine gute Idee. Nein, nicht die Kathedrale abreißen. Die Kinder werden gesegnet. Kein Problem. Für Ruhm und Ehre. Euer Wunsch ist mir befehl. Zweite haben einen Arbeiter attackiert. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Nichts lieber als das. Ergreift sie. Ausbau fertig. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Lasst mich eure Wunden versorgen. Leert sie das fürchten. Ein Hild ist in großer Gefahr. Bis in den Tod. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gut. Pilgrim ist am Ende seiner Kräfte und sank zu Boden. Gebt Acht. Die Falle ist aufgestellt. Ergreift sie. Ergreift sie. Lasst mein Volk in Frieden. Nieder mit ihnen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Ergreift sie. Leert sie das fürchten. Ergreift sie. Für Ruhm und Ehre. So. Hydriert. Ein Hild ist in großer Gefahr. Attacke. Für Ruhm und Ehre. Hat ja total viel gebracht. Elias liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Keine letzten Worte von Kerberos. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Einer eurer Lehmschächte wird bald leer sein. Aldiweiler sich für kurze Zeit den Helden angeschlossen hatte, wiederholte Kerberos seine schändliche Tat. Abermals wandte er sich ab von Elias, seinem Vater. Nun aber wusste er gar vieles über die Helden, was ihm zu großem Vorteil gereichte. Und da es die Zeit reif war, verriet der Verschlagene selbst seinen Verbündeten Mordred und tötete ihn. Und so fiel Evelance in seine Hände. Niemals bekundete er Reue für diese seine Schandtaten. Auch dann nicht, als sein Stern sank und er der Gewalt der Helden ausgeliefert war. Stolz blieb er bis zuletzt und stürzte sich in die dunklen Gebirgsklüfte von Evelance. Doch niemals wurde sein Leib gefunden. Während die Trümmer der zerstörter niederliegenden Burg von Evelance noch rauchten, versammelte sich des Volkes Mängel. Dario ward nunmehr zum König gekrönt, rechtmäßig von Geburt, doch bewährt in edlem Streite und des Thrones würdig. Gemeinsam mit den Helden einte er das Reich seines Vaters. Und doch, würde es ihm gelingen, die letzten versprengten Scherken des Schwarzen Ritters zu unterwerfen? Der Orb war das Unterpfand seiner Herrschaft. Und solange er sein war, würden alle ihn getreulich folgen. An jenem Tag freilich war das Volk voller Fröhlichkeit und Jubel, da nach den harten Jahren der Knechtschaft das Dunkel dem Licht gewichen war und die Sonne das Land mit ihrem Glanz erhellte. Dem Herold gleich, welcher kündigt von einem Reich des Friedens. Ein neuer Auftrag. Jo. Ari ist wirklich sehr detailliert, das stimmt. Aber, das war die Kampagne. Ich werde viel darüber reden müssen. Man hätte das so nice aufziehen können. Aber hat man leider nicht. Anyway, ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich... Mal gucken, wie ich es mache, ob ich es am Samstag... ...spielen vielleicht noch ein paar von den Freispielkarten. Wobei ich da wahrscheinlich nicht so viel drüber reden werde in der Review. Ich schicke euch mit Blahai in den Abend. Aber dann sind jedes Mal gemütlich. Die Hofe-Fäulein